Okay, so, bei mir läuft die auf. Jo, bei mir auch. So, ich begrüße mal ein bisschen. Aber wie gesagt, das ist keine Moderation, das ist nur ein Begrüßen. Wir sind hier mehr oder weniger in einer Werkstatt, weil wir üben ja das Denken und machen keine Publikumsveranstaltung. Willkommen zu Folge 2 der kleinen Dinge Soziologie, der Entdeckung des Alltäglichen. Mein Name ist René Lehner und ich habe mir hier Verstärkung geholt, zwei Soziologen, die mit mir die kleinen Dinge des Lebens betrachten wollen. Ich stelle sie euch mal vor, da ist hier Thomas Jakubowski, hallo. Hallo. Mediensoziologe und Radiomensch auf welchem Kanal? Auf Herze 87 9, dem Campusradio der Universität Bielefeld. Und dort gibt es aber keine Soziologie, dort gibt es Filme, machst du da, Film, Filmsprechung. Genau, genau. Und Dominik Röding, Gesundheitssoziologe, Lebensstilforscher, hallo. Ja, hallo, hallo René, hallo Thomas. Und du bist auf YouTube der Schreibberater. Der Schreibberater auf YouTube, ja, manchmal. Das klingt tatsächlich so, als wärst du da, als wärst du bei einer Zielgruppe, die es nötig hätte. Das klingt irgendwie sehr diskreditierend für die Zielgruppe, wenn es eine Zielgruppe nötig hat. Und da wir auch auf YouTube erscheinen, wollen wir uns das Bashing unseres Publikums hier ersparen. Ja. Ja, wir haben alle eine unterschiedliche Perspektive auf die Dinge, denke ich mal. Wir kommen aus unterschiedlichen Theorieschulen, ich mehr so aus der empirischen Sozialforschung. Du, Thomas, mehr so aus Bielefeld. Die Bielefelder Schule. Was gleichzusetzen ist, so mit dem systemischen Blick. Ja. Und Dominik ist in der Lebensstilforschung gefangen. Ja, kann man so sagen, doch. Ja, und wir üben uns hier, also das Ganze habe ich mir so auch gedacht, dass wir das nicht als ein, ja, ich sag mal, als eine Sendung eines irgendwie gearteten radioähnlichen Formats machen, sondern als Denkschule für uns ist das ja eigentlich gedacht. Wir wollen den zweiten Blick üben. Und den kann man so üben oder so und wir haben uns gesagt, es ist doch an den kleinen Dingen eigentlich sehr gut auszumachen, was Soziologie ist, weil die kleinen Dinge oft nicht beachtet werden. Über die großen wird ja allgemein gesprochen und geredet. Ja, und das ist auch gerade interessant, weil in kleinen Dingen oder, wenn man so will, in alltäglichen kleinen Dingen, die ja unreflektiert passieren, eben weil sie alltägliche kleine Dinge sind, sehr viele Mechaniken und sehr viele Wirkungszusammenhänge des Sozialen zutage treten. Eben eben aus dieser, aus dieser Eingeübtheit des Ganzen, beziehungsweise aus dem, aus dem selbstverständlichen Wirken des Ganzen, in alltäglichen kleinen Dingen, ja. Und das einzige Problem, das wir mal haben werden könnten, ist, wenn uns die kleinen Dinge ausgehen. Ich habe mal nachgezählt, wie viele kleine Dinge es gibt und es gibt schon genug. Fünf. Und, ja, bis fast dran, also zehnmal so viel habe ich gefunden, die uns, also so ungefähr 50 kleine Dinge, von denen ich ausgehen kann, dass wir hier eine längere Sitzung dazu halten können. Das heißt, so vier Jahre haben wir Stoff, wenn wir so sagen, maximal im Monat eine, vielleicht nicht mal pro Monat eine. Ja, und dann, wenn die kleinen Dinge ausgegangen sind, ist es vorbei. Tja, dann ist, dann ist die Welt besprochen, ne? Ja, die kleinen Dinge der Welt sind dann besprochen. Die sind dann durch. Und nochmal eine kleine Referenz an die Ursache dieser Zusammenkunft hier. Es gibt dieses Büchlein von Tilman Allert, Latte Macciato, die Soziologie der kleinen Dinge, ja. Und da sind, wie viele kleine Dinge hat er? 35 kleine Dinge, wo er so kleine Essays drüber schreibt. Und, naja, Latte Macciato ist schon ganz an dem heutigen Thema dicht dran. Der Kaffee spielt wieder eine Rolle. Und ich muss sagen, der Kaffee dient tatsächlich immer wieder als Darreichungsform für kleine Dinge in Sachen Soziologie. Also, wenn man sagt, die Soziologie der kleinen Dinge, und man will das irgendwie erklären, dann ist mir schon öfter begegnet, dass man den Kaffee ranzieht. Ja, ist ja, und ich dachte mir, dass wir das in Zukunft hier so fahren, als so eine gewisse Struktur. Ich sage nochmal dazu, dass ihr hier mir eigentlich jetzt nicht Gäste seid, die nur hier für den Kaffee sozusagen heute mal da sind, sondern wir werden das hier durchziehen. Die ganzen 50 oder mehr kleinen Dinge werden wir zu dritt hier durchziehen. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht eine Idee, wenn wir es immer so machen, dass einer von uns so das Phänomen mal historisch referiert, aber nur ganz kurz. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja. Ich würde das jetzt übernehmen für die Geschichte des Kaffees, einleitend, und beim nächsten Mal übernimmt dann ein anderer die Geschichte des Irgendwas, was wir uns dann auswählen. Dass wir ungefähr wissen, wo kommt es her, wo geht es hin. Ja, gerne. Seid ihr einverstanden damit? Okay, also du referierst die Vergangenheit und wir erschließen uns daraus dann die Zukunft. Genau, ja. Der Mythos, die Legende sagt, dass der Kaffee aus Äthiopien kommt ursprünglich. Und da soll ein Viehhirte mal bemerkt haben, wie sein Vieh hysterisch wurde. Und dann hat er das auch gekostet, hat gemerkt, er wird auch hysterisch. Und schon war es entdeckt. Über Venedig 1615 nach Europa geschwappt, der Kaffee. Und dort als Erfindung des Satans kritisiert. Und da sollte der Papst ein Machtwort reden. Der hat es gekostet und dem hat es so gut geschmeckt, dass es dann für okay befunden hat. Es war dann doch nicht vom Satan. Ja, und schwupps entstanden unheimlich viele Kaffeehäuser für die gebildete Oberschicht. Voltaire, Rousseau haben in französischen Kaffeehäusern verbracht, in deutschen Kaffeehäusern Bach und Goethe. Und das wurde dann der Mittelpunkt des Sozialaustausches, kann man so sagen. In Amerika ist vielleicht noch zu erwähnen, gab es ja die Boston Tea Party, wo die Krone Teesteuern erheben wollte und man dort den Tee über Bord geworfen hat. Und seitdem ist dort auch der Tee unpatriotisch. Das ist Britenzeug. Und deshalb sind die Amerikaner auch ziemlich begeisterte Kaffeetrinker. Am Anfang war es ziemlich teuer, weshalb nur der Adel und die gehobene Schicht sich das leisten konnte. Und deshalb wurde es auch zu einem Distinktionsmerkmal. Man hat sich über den Kaffee abgegrenzt zu den anderen Gruppen. Und das Volk hat irgendwann aber entdeckt, sich den Kaffee zu strecken und so eine Art Volkskaffee zu machen. Und da ging die Distinktion verloren. Es blieb aber lange Zeit dennoch was Besonderes für Sonntagsausflüge. Und bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren nur in Kaffeehäusern nur Herren vorhanden. Und die Kaffeekränzchen waren dann sozusagen das Pardon, was die Frauen sich erfunden haben als Gegenstück. In der Nachkriegszeit stand Kaffee für Normalität. In den Krisen waren die immer verbunden mit einem Kaffeeverlust sozusagen. Bis in die 80er rein war Kaffee also etwas sehr Schönes. Und in den 80ern, da wurde es spießig und billig, weil die Supermärkte dann billigen Kaffee auf den Markt brachten. Außer im Osten, da war der Westkaffee immer noch hip. Und nach den 80ern kam dann Starbucks und brachte teuren Kaffee raus. Und da war es wieder möglich, eine Distinktion aufzubauen. Wer teuren Kaffee trank, der war was. Ja, aber das Absatzziel von Starbucks in Europa wurde nicht erreicht. Die blieben weit, weit unter ihrem Ziel. Mit der Begründung, die Historiker da geben, dass Kaffee hier eine andere Kaffeekultur hat als in Amerika. Ja, und heute haben wir Kaffee to go. So, und vielleicht noch interessant, in den USA heißt es, ist der Geschmack eher das, was am Kaffeetrinken zählt. Und in Europa ist es so, dass nett beieinander sitzen, das Herumsitzen. Ja, so, so viel zur Geschichte. Vielleicht ganz kurz noch ein Gesundheitsaspekt. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es Aussagen darüber, dass Kaffee schädlich ist und ein Streit, ob Kaffee gesund ist oder schädlich. Da gibt es auch Bachs Kaffee-Kantate mit dem, also die Anfangstöne waren C, A, F, F, E, E, also Kaffee. Und der Text dazu, trinkt nicht zu viel Kaffee. Und bis heute ist die Studienlage dazu sehr widersprüchlich. Das heißt, so zusammengefasst, es ist ganz gut für die Organe. Aber wenn man genau hinguckt, ist das, ja, Dominik, du kommst ja aus der Medizinsoziologie. Ist das ein umstrickter Punkt? Dies war mein Referat. Ja, sehr gut. Und du hast schon fast alles angesprochen, was ich dann gerne auch weiter ausführen würde. Ja. Ja. Und ich würde jetzt vorschlagen, ich habe jetzt, wir müssen eine Pause machen. Ich habe so viel über Kaffee geredet, ich muss auf Toilette. Tut mir leid. Okay. Habe ich viel verpasst. Na gut. Ja. Ich habe nur Drogen gehört. Drogen, das will ich nicht gehört haben. Nein, wir haben nur festgestellt, dass Dominik Angst vom Kaffee kriegt und ich werde müde vom Kaffee. Ach so. Also wenn wir, wenn wir die biologischen Sachen ranholen wollen, da gibt es ja diverse Kaffeestudien. Mein Kaffeekonsum ist zum Beispiel immer abhängig von der jeweiligen Studienlage. Und der letzte Stand ist, dass es die Telomere verkürzt. Und ich möchte meine Telomere nicht kürzer haben, als es sein muss. Aber es gibt auch so Hinweise, dass zum Beispiel Introvertierte kein Kaffee vertragen. Weil, also, die können da mit Stress nicht mehr umgehen. Während Extrovertierte, die beflügeln das und es hat einen sehr positiven Effekt. Sowas zum Beispiel. Und da kann man halt rausfinden. Aber da sind wir ja voll in der Psychologie. Das wollten wir eigentlich. Ja, genau. Ein bisschen vermeiden. Das haben wir jetzt halt gemacht. Psychologisch abzudriften. Was haltet ihr davon, wenn wir eben einfach nochmal historisch, chronologisch als erstes mal darüber sprechen, mit dem Aufkommen der Kaffeehäuser und wer die Besucher der Kaffeehäuser waren? Ja, klar, können wir machen. Persönlich kann ich kein Kaffeehaus-Besucher. Die sind hohen. Gibt es heute keine Kaffeehäuser mehr? Doch, doch, doch. Es gibt ein Wien-Kaffeehaus. Das klingt hier nicht sehr verbreitet. Okay, aber du hast ja da Gedanken gemacht drüber. Wer sind die Personen? Es war auf jeden Fall die gehobene Schicht. Ja. Weil es teuer war. Es war doch, also das war doch, dass zu der Zeit, wann war das, 17., 18. Jahrhundert, die gerade neu aufkommende, das neu aufkommende Bürgertum, das sich in diesen Kaffeehäusern versammelt hat. Und das, also und da war auch dieses, diese Kaffeehäuser, die waren ja auch dann immer mehr als einfach nur ein Ort, um Kaffee zu trinken. Das hätte man ja auch woanders machen können, sondern es war in diesen Kaffeehäusern, in diesen Räumen, wo dann sich auch diese Menschen getroffen haben, da hat sich dann ein kommunikativer Raum eröffnet, der dann, so behauptet es jedenfalls Jürgen Habermas, so die Keimstätte einer neuen Öffentlichkeit wurde. Und das finde ich interessant, weil René hat es ja gesagt, heute gibt es Kaffee to go. Dieser Kulturwechsel im Kaffeetrinken, also von diesem bewusst öffentlichen Charakter, beziehungsweise, was heißt die bewusst öffentliche Charakter, von dieser ursprünglichen Darreichungsform, die eine neue Öffentlichkeit konstituiert hat, zu, ja, was ist denn das? Also Kaffee to go, man konsumiert es halt auf dem Weg. Da würde ich vielleicht doch nochmal dem Vorschlag nachgehen, das ein bisschen chronologisch abzuarbeiten, weil dann kommen wir ja am Ende auf Kaffee to go. Das mit dem Bürgertum, das stimmt. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der Adel nicht groß in den Kaffeehäusern auftauchte. Der blieb unter sich. Kaffee als Distinktionsmerkmal einer Gruppe, sich abzugrenzen von anderen Gruppen. Da wird ja nicht nur Kaffee benutzt. Alles, was irgendwie teuer ist, was exklusiv ist, wird irgendeine Gruppe für sich entdecken, um sich abzugrenzen. Und jetzt ist es aber so, dass der Adel den Kaffee unter sich getrunken hat, während die Bürger das in der Öffentlichkeit getan haben. Und da haben wir doch eigentlich hier Kaffee beim Adel, wenn wir jetzt mal auf den Adel gucken, nicht als Distinktionsmerkmal, sondern als Konjunktionsmerkmal. Also es war, normalerweise habe ich es doch, oder versteht man doch, wir tun etwas als Gruppe und zeigen euch das und zeigen euch, dass ihr nicht dazugehört dadurch. Während das jetzt beim Kaffee und beim Adel anders war, die zeigten es ja überhaupt nicht, sondern die zeigten es nur innerhalb ihrer Gruppe, dass das ein wichtiger Punkt ist, der Gruppenidentität nicht nur die Abgrenzung nach außen, sondern auch die Verbindung nach innen, dass es gar nicht wichtig war für den Zusammenhalt, sich nach außen, also sich zuschreiben zu lassen, man sei eine Gruppe, indem man den anderen zeigt, durch sein Konsumverhalten, zu welcher Gruppe man gehört. Sondern dass es eigentlich viel wichtiger ist, den anderen in der Gruppe zu zeigen, dass man dazugehört und die anderen quasi zu ignorieren. Fand ich einen interessanten Punkt. Aber gut, wir waren ja bei der Öffentlichkeit jetzt, beim Bürgertum. Nee, wir können auch über den Adel, weil ich weiß nicht, das Ding, also es stimmt schon, was du sagst mit dem Distinktionsmerkmal. Und beim Adel, ich meine, das Distinktionsmerkmal irgendwie beim Adel ist ja in dem Sinne, war dann ja nicht unbedingt der Kaffeekonsum, weil es abgeschlossen war, sondern einfach die abgeschlossene Gesellschaft für sich, also das Hofleben. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das … Also heute gibt es immer noch Distinktionen von Kaffee. Habt ihr Katzenkaffee schon mal was von gehört? Ja. Okay. Also für die, die es nicht wissen, wer möchte es beschreiben? Ähm, es ist eine besonders … Es gibt ja diese besonders teure Kaffeesorte, beziehungsweise soll es wohl geben, ich habe nie weiter nachgeschaut. 1.000 Euro pro Kilo, bis zu 1.000 Euro pro Kilo. Ähm, die so besonders teuer ist, weil die Kaffeebohnen vorher von Katzen gegessen wurden und diese dann verdaut wurden von diesen und dann schmecken sie wohl besonders gut, wenn sie nach der Verdauung ausgeschieden wurden. Soll es ja geben. Ja, soviel zur Distinktion. Ja. Ich glaube nicht, dass der Geschmack 1.000 Euro rechtfertigt. Also reinweg der Geschmack, der biologische Geschmack von der Knospe der Zunge, sondern dass das auf einen sozialen Geschmack referiert, der sich halt bildet, um zugehörig zu sein. Nee, aber vielleicht nochmal, um das Distinktionsmerkmal aufzugreifen, also soweit ich informiert bin, war ja Kaffee zu Anfangs halt schon hauptsächlich, also der Konsum hauptsächlich auf den Adel beschränkt, weil er einfach … Ja, es war auch verboten. Weil er sehr teuer war, ja, genau. Ja, und zum Teil war er auch für die unteren Schichten dann verboten. Vom Fritz, vom alten Fritz wäre der wohl einmal verboten. Der alte Fritz hat es verboten. Genau. Aber ich glaube, das hing damit zusammen, das ging um so ein Kaffeemonopol, was der Staat haben wollte. Und die Leute sollten sich das nicht selber irgendwie brühen und selber handeln. Da gab es richtig Kaffeeschnüffler, die sind in die Häuser gegangen und haben Kaffee erschnüffelt. Beziehungsweise es ging wohl auch darum, dass man gemerkt hat, dass die Bierabsatzmärkte, also es sind einige Märkte eingebrochen oder haben einen starken Rückgang erfahren, weil eben Kaffee getrunken wurde, statt eben etwas anderes getrunken, gegessen oder gemacht wurde. Ja, wir sind jetzt gerade auch wieder bei einer Weisheit aus der Soziologie. Alles hängt immer mit allem zusammen. Denn wir bewegen uns ja jetzt gerade halt auch bei einem soziologischen Aspekt des Kaffees, der auch in der René, die du in deiner Einführung ein bisschen unberücksichtigt gelassen hast, und zwar der wirtschaftliche Aspekt. Ja, stimmt. Man kann den Kaffee natürlich auf zwei Aspekten hin betrachten. Einmal die makrosoziologische und die mikrosoziologische Ebene. Und die Makroebene, ja, ist nach Öl das zweithäufigste Handelsexportprodukt sozusagen auf dem Weltmarkt. Und dass das eine Bedeutung hat für uns alle, das wird ja daraus schon klar sein. Und diese Ebenen, die sind ja miteinander verschränkt, nicht? Ja, stimmt. Stark hingelegt hat. Ja, super. Aber ihr könnt das auch sicher anprangern, wenn ihr möchtet. Es ist halt schwierig, weil in den kleinen Dingen finden ja auch natürlich immer die großen Prozesse einen Ausdruck. Also die wirtschaftliche Konstituiertheit des Kaffees hat natürlich irgendwie auch Einfluss auf das, was für Möglichkeiten sich mit dem Kaffee verbunden hat. Also konnten sich die Rituale um den Kaffee bilden, nur aufgrund des Kaffees in seinen Eigenheiten oder auch aus seiner wirtschaftlichen Konstitution her, dass er irgendwann mal teuer war, dass er dann mal günstig wurde. Und es gibt diesen, ich glaube, der ehemaliger Marketingchef von Nestle, der für Nescafé zuständig war, der diese Alu-Tabs, diese Kaffee-Maschine, diese Alu-Tabs und um Nescafé zu platzieren, halt als Marketingstrategie gefahren hatte, den Kaffee als Luxusartikel, was er vorher nicht war, halt zu platzieren. Und deswegen auch einfach der Preis erhöht wurde, also um damit den Umsatz zu steigern, also um die Verkaufszahlen zu erhöhen, den Preis steigern. Ja, den Snob-Effekt. Genau, damit er als Distinktionsverband… Wie heißt der Effekt? Snob. Snob, okay. Der Snob-Effekt. Was denn aber auch wieder zeigt, dass in dem Gebrauch, also dass der Preis halt nicht nur ein wirtschaftliches Merkmal ist, auch ein soziales Merkmal, das nicht mit den Produktionskosten zusammenhängen muss. Also der Preis des Kaffees in der Produktion spielt dann wahrscheinlich halt auch für den Preis im Supermarkt gar nicht so die große Rolle. Ja, also das ist ja auch der Punkt gewesen, warum Kaffee sich aus seinem Schmuddel-Dasein der 80er, da kann ja vielleicht Dominik als Lebensstilforscher uns mal sagen, was in den 80ern denn da der vorherrschende Lebensstil war. Denn da galt ja Kaffee als Symbol, ich arbeite zu viel, ich brauche Koffein. Was sich ja jetzt völlig umgedreht hat, ich arbeite viel, ich brauche Koffein ist ja jetzt kein Ausdruck von Abwertung, sondern von Aufwertung. Und Starbucks hat dann den Kaffee nach den 80ern rausgeholt, indem sie ihn verteuert haben, irgendwie grüne Becher, die sehr teuren Kaffee beinhalten und das konnte sich nicht jeder leisten. Und dann konnte man, das ist genau das, was du sagtest, da wird aus nicht wirtschaftlichen Gründen ein Produkt wieder hip. Ja, es wird halt als Mode oder als Distinktionsmerkmal dann wieder gemacht. Aber was war denn in den 80ern los, dass das da so einbrach? Weiß ich nicht, ob das einbrach, aber was mir zu den 80ern einfällt, ich glaube, ich würde da den Kaffee vor dem Hintergrund von Lebensstil auch ein bisschen anders interpretieren, als du das gemacht hast. Was also wahrscheinlich natürlich auch geht. Wenn ich an Kaffee und 80er denke, dann denke ich vor allen Dingen an die Fernsehwerbung. Und dort, also vielleicht kennt ihr die Jakobskrönung-Werbung. Also jeder Kleinbürger, der sich irgendwie mittlerweile als Bürger gefühlt hat, sollte ja dadurch angesprochen werden, dass wenn er Gäste hat, er eben Jakobskrönung serviert. Weil in der Nachkriegszeit war ja erstmal für viele in Deutschland der Kaffeeersatz das Normale. Und das werden viele auch noch von ihren Großeltern kennen in Deutschland. Die haben eher Kaffeeersatz getrunken und nur bei Festen, Familienfesten kam dann Kaffeekrönung oder genau, kam eben dieser, der richtige Kaffee raus. Und ein zweiter Punkt dann noch zu den 80ern war, dass die Kaffeeersatzhersteller ja auch probiert haben, sich den Markt nicht wegnehmen zu lassen. Und der Karo-Kaffee sich ja über Landkaffee inszeniert hat und sollte dann eben entweder die Landbevölkerung ansprechen oder eben die, die sich gern ländlich inszenieren. Ja, das ist, ich fand, da muss ich mal ein Zitat, das mir persönlich lange nicht ganz verständlich war, aber in solchen Momenten dann wieder mit Sinn erfüllt wird, dass die Funktion, oder eine der wichtigsten latenten Funktionen der Werbung ist, die Menschen mit Geschmack zu versorgen. Halt, man kann es jetzt, also weil man kann diesen Karo-Kaffee, man kann ihn jetzt gut oder schlecht finden. Das sind ja so die beiden Reaktionen, die möglich sind. Man kann es annehmen, man kann es ablehnen, aber man positioniert sich dann in gewisser Weise zu diesem Konstrukt. Und das ist dann der Geschmack, den man hat. Also nicht im Sinne von, also nicht in einem kulinarischen Sinne. Und darüber... Geschmack als Lebensstil sozusagen. Ja, beziehungsweise Lebensstile haben ja immer was mit einem Geschmack zu tun, nicht? Weil, den man hat, ob das jetzt Kaffee-Geschmack oder ein Kunstgeschmack oder sonst irgendwas ist. Also meine Gedanken kreisen jetzt die ganze Zeit halt, ich finde es, ich komme halt von diesen größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht weg, weil ich das immer faszinierend finde, weil in diesen kleinen Dingen für mich tatsächlich immer die großen Zusammenhänge mit drinstecken, beziehungsweise sie ja sicher darüber materialisieren. Also weil natürlich auch große, große gesellschaftliche Prozesse sich natürlich immer ihren Ausdruck in Handlungen finden. Und die natürlich dann nicht mehr als individuell interpretiert werden können, sondern als Ausdruck zu der großen Prozesse, aber dennoch halt in kleinen Handlungen drinstecken. Und aus diesen Sachen wie die Distinktion, was du sagtest jetzt ja zu besonderen Anlässen, wird dann halt, keine Ahnung, die Jakobskrönung oder eine beliebige andere Kaffeemarke angeboten, weil es damals halt, weil es was Besonderes war und so weiter. Und soweit ich das weiß, wurde auch dann im 17. und 18. Jahrhundert, also wo der Kaffee dann breiter konsumiert wurde, kamen auch diese Kaffeekränzchen und diese bürgerlichen Salons erst auf. Also Salons, das ist ja eigentlich Adelskultur. Adelskultur, diese halt, also bei Menschen, andere Menschen seiner Schicht bei sich zu empfangen in diesen Salons und dann sich auszutauschen, weil durch den Kaffee ein Getränk zur Verfügung stand, das man anbieten konnte. Also es war, es war halt, man konnte es sich leisten, aber es war hinreichend besonders genug, um es anzubieten, weil man, es war wohl anscheinend nicht möglich, die Leute zu sich einzuladen auf eine Runde Wasser. Bei Wasser kann man ja genauso gut diskutieren wie bei Kaffee, aber das ging wohl nicht als Anlass. Aber der Kaffee hat das ermöglicht. Und aus dieser Ermöglichung, die der Kaffee, oder aus dem, was der Kaffee dann ausgelöst hat, indem er Salons ermöglicht hat, also eine Salonkultur oder auch die Kaffeehäuser und so weiter, rekonstruiert, zumindest das Habermas, ja dann sowas, diese neue bürgerliche Öffentlichkeit, die ja ganz viele Folgen hat. Natürlich spielt dann auch der Buchdruck eine Rolle und so weiter, aber das wirkt ja alles zusammen. Und das finde ich, das finde ich sehr faszinierend, also dass in dieser, in dieser, in dieser latenten Distinktionsfunktion, die der Kaffee damals hatte oder auch in den 80ern oder 70er Jahren hatte, dass das auch wieder in Prozesse reinstößt, die zwar nicht davon ausgelöst werden, aber die, in denen sich diese Prozesse dann besonders gut ausdrücken können und wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht so ein Katalysatorverhältnis darin dann zum Vorschein tritt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist. Wäre es ohne Kaffee genauso gekommen, ist ja dann die Frage. Also die eigentliche Frage ist ja, hätte Tee dieselbe Funktion haben können? Oder ist in dem Kaffee irgendwas inhärent? Den Tee muss man ja auch zubereiten, aber es ist schon wahr, Kaffee kann man ja gut und schlecht zubereiten. Also einen Tee gut und schlecht zubereiten ist ja schon schwieriger, glaube ich. Und ich habe mal auch so ein Interview gesehen von der Kaffeekönigin, da gibt es ja auch so Meisterschaften, ist Kaffeekochen. Und beim Kaffee spielt so viel rein, dass man das gar nicht überblicken kann. Was schiefgehen kann und was man gut machen kann und was man an Kaffee, Bohnen und Wasser und Kalkbeständen und Aufgusszeit und Geschirr benutzen kann, dass das schon ein gutes Produkt ist, um sich wie auch immer geartet abzugrenzen, weil man es dann besonders machen kann. Ja gut, ich glaube, aber da lag der Hauptgrund in seiner Verfügbarkeit, die einfach begrenzt war, weil es war hinreichend teuer genug, um es als etwas Besonderes da erreichen zu können. Also auf die Rituale des Kaffees würde ich in dem gesonderten Strang nochmal zurückkommen. Ich würde schon gern bei dem Lebenslauf ein bisschen verbleiben und bei der Geschichte und so. Und da war ja Kaffee eine Zeit lang verbunden mit Geselligkeit und Entspannung. Diese Kultur hast du jetzt beschrieben, diese Öffentlichkeitskultur in den Kaffeehäusern und so weiter. Ja, aber ich weiß nicht, stand es für Geselligkeit und Entspannung, galt dafür nicht eher halt das, was früher, also davor ja üblich war, also nicht in den Adelshäusern, aber zumindest in den Nicht-Adelshäusern, also halt das Bier. Also man traf sich halt nicht in den Kaffeehäusern, sondern in den Trinkhallen und hat dann halt sein Bier getrunken. Und der, was natürlich halt entsprechend seines Alkoholgehalts dann auch gewisse Effekte hatte auf den Geisteszustand, während der Kaffee dann eher im Sinne der Aufklärung den Verstand wach gemacht hat. Ach so, du siehst jetzt das gleich in den Aufklärung. Also ich finde es immer schwierig. Also er galt als Wachmacher und Beethoven hatte 60 Kaffeebohnen abgezählt zum Beispiel. Und man sagte auch, der Kaffee ist das Mittel zur Beförderung der Dichterkraft. Insofern war das auch eine Art Werkzeug, wenn man so will, für die Intellektuellen. Also Leute, die sich für intellektuell hielten, haben sich dann um dieses Werkzeug herum versammelt und dann neue Ideen geschmiedet. Und was ja für den Adel jetzt nicht, der Fall war, dort war es wahrscheinlich mehr das Werkzeug der Abgrenzung, weil es halt teuer ist und nicht verfügbar, was kein Werkzeug an sich, sondern wirklich ein reines Ding zum Abgrenzen. Es war ein Funktionsträger. Ja, Funktionsträger. Aber bei den Dichtern und Denkern war es schon, ja, dieses mit der Geselligkeit und Entspannung, das kam dann später. Das kam nach dem Krieg. Also was ich interessant, einen Moment, ich muss mal einen Kaffee nachspülen. Was ich interessant fand, war die Beobachtung, dass die Verfügbarkeit von Kaffee in der Nachkriegszeit und während der Kriegszeit im kollektiven Gedächtnis sozusagen verankert ist mit der Erinnerung an Krisen und Normalität. Also das Kaffee wird auch hergenommen als Gradmesser für Normalität, weil in Krisen, ob es jetzt Krieg ist oder Wirtschaftskrisen, wird immer der Kaffee knapp. Und wenn es wieder Kaffee gibt, dann ist wieder das Leben normal. Und nach dem Krieg gab es ja keinen richtigen Bohnenkaffee, sondern so Ersatzmischung, was nur ganz selten, hast du ja beschrieben, Dominik, dass es da Kaffee gab, war selten. Aber in den Erinnerungen bei Interviews mit älteren Menschen hat sich herausgestellt, dass die den Kaffee tatsächlich, dass sie sich an ihren ersten Kaffee wieder erinnerten und sagten, da war die Welt quasi wieder in Ordnung. Und das meine ich mit Geselligkeit und Entspannung, das kam dann halt später. Auch was wir jetzt hier beschreiben, sind ja historische Prozesse sozusagen um den Kaffee drumherum, wo er seinen Ausdruck findet. Und meine Frage wäre jetzt, ist der Kaffee sozusagen nur der Seismograph für den historischen Prozess oder ist er Mitgestalter des Prozesses? Kann ja beides sein. Ich glaube, dass man ihn in jedem Fall als Seismograph hernehmen kann. Und weil, so wie du eben auch schon gesagt hast, es spiegelt sich einfach wieder, wie es der Bevölkerung gerade geht oder wie es sich wahrnimmt. Und ich glaube, auch in der Inszenierung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, in der Werbung ist es so. Also es war dann ja in der Nachkriegszeit, als dann die Werbung, die Fernsehwerbung auch aufkam, ist Kaffee vielmals als Harmonie oder das, was man als Harmoniemilieu bezeichnen würde. So ist es ja vielmals dargestellt worden. Und das hat sich ja jetzt aber stark verschoben zu, was einfach auch ein Ausdruck ist von noch mehr Wohlstand, von mehr Differenzierung, von mehr Pluralität. Und ich glaube, dass Kaffee zumindest in den letzten Jahren eben ein Seismograph dafür war, ja. Also man könnte sagen, die jetzt ist, was zeigt der Kaffee uns jetzt an? Die protestantische Nüchternheit, habe ich gelesen, wird vom Kaffee angezeigt, weil er macht nüchtern und soll ernüchtern. Und deshalb ist die protestantische Ethik jetzt von Max Weber, die jetzt endlich durch den Kaffee nochmal durchschlägt, ja. Und deshalb Kaffee to go. Wir sind in der Beschleunigungsgesellschaft und wir müssen immer wach sein, immer nüchtern auch, weil Kaffee ist ja, haben wir ja gesagt, ein Ersatz, oder haben wir festgestellt, ein Ersatz gewesen für Alkohol auch. Und was jetzt die Lebensstile angeht, habe ich tatsächlich eine Frage an dich, Dominik. Okay, wir leben in der Beschleunigungsgesellschaft und Kaffee to go ist ein wunderbares Zeichen dafür. Und ich überlege jetzt, ist es wirklich so oder ist es nicht vielmehr so, dass Kaffee als Ersatz für die schnelle Zigarette zwischendurch mal herhalten muss, weil das Rauchen ja nicht mehr in ist, aufgrund von Bio-Lebensstilen, den wir uns unterwerfen. Also im Rahmen so einer Selbstoptimierung, meinst du? Und ja, ja, genau. Das ist die Idee des Bio-Lebensstils, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir uns immer dem Markt immer auch gesundheitlich optimiert gegenüber, also da auftreten. Und da darf man, heute ist ja, also Rauchverbot wäre wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren nicht denkbar gewesen so. Aber man raucht nicht mehr, das gehört sich nicht mehr, aber irgendwas muss man ja in der Hand haben. Da bietet sich der Kaffee an. Ja, also ich kann dir mal ein bisschen was auch aus der Empirie dazu sagen. Gerne. Also im Moment ist es so, dass sich die Raucherprävalenz in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland bei etwa 30 Prozent eingepegelt hat. Und die ist bei den Männern runtergegangen, je stärker man das thematisiert hat, dass Rauchen ein Gesundheitsproblem, ein Gesundheitsrisiko ist. Das war vorher mal bei 45 und ist eben runtergegangen auf etwas über 30. Und bei den Frauen war das früher vielleicht um die 15 Prozent in den 80er Jahren und ist auf knapp 30 angestiegen. Und seitdem so in den letzten Jahren, zumindest in den letzten fünf Jahren, haben sich da keine Veränderungen mehr ergeben. Also es scheint sich so einzupegeln, jetzt ziemlich geschlechtsunabhängig 30 Prozent. Und also der natürliche Anteil der Raucher hat sich sozusagen... Ja, also das glaube ich nicht. Das würde ich auch nicht so stehen lassen wollen. Und was, bist du sicher? Also ich denke schon, dass auch so, dass das der natürliche Anteil ist. Also wenn wir denken an die Steinzeit, da werden wahrscheinlich 30 Prozent der Menschen geraucht haben, weil das in der Natur des Menschen liegt. Ja, schon allein die Schamanen müssen alle geraucht haben. Ja, ja. Und die Idee, dass jetzt das Zweite, was du sagst, dass dann eben das sozusagen ein Substitutionsgut ist, der Kaffee, könnte sein, müsste man mal nachschauen. Und glaube ich, hat noch keiner nachgeschaut, würde ich auch, also wenn, dann nur zu sehr klein teilen. Aber ich würde sagen, der Kaffee macht bei den Lebensstilen, die wir so in der Lebensstilforschung unterscheiden oder auch in der Milieuforschung, ist das schon ein relevantes Kulturprodukt oder ein Konsum, über den man sich eben darstellt. Und ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele. In Berlin gibt es Stadtteile, die ja für ihren Familien- und Kinderreichtum mittlerweile bekannt sind. Und da spricht man von den Latte Macchiato-Mamas, die dort in den Cafés sitzen. Oder diese Bio-Lebensstile und Nachhaltigkeits-Lebensstile. Dieser Soylatte mit der Sojamilch oder Fairtrade. Also der normale Latte Macchiato, der muss ja mittlerweile, also der erfüllt, der hat sich total ausdifferenziert, um ganz viele mögliche gewünschte Eigenschaften zu erfüllen, um den verschiedenen Lebensstilen gerecht zu werden, die das für sich nutzen wollen. Und auch, also es gibt ja diesen Dosenkaffee. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wird vielmals, glaube ich, in Tankstellen vor allen Dingen verkauft. Kennt ihr das? Kalten Dosenkaffee. Okay, okay, ja genau. Und das ist eben wieder was ganz anderes wie die Kaffeebar. Also es wird mit Sicherheit Lebensstile geben, für die Kaffee wichtig ist. Die sagen würden, Kaffee ist ihnen wichtig und die Kaffee, Dosenkaffee ablehnen würden. Und es wird Lebensstile geben, die auch sagen, Kaffee ist ihnen wichtig, aber die eben den Dosenkaffee nicht ablehnen. Und da, also sieht man eben, dass, also ich glaube, es ist eben sozusagen pluraler und differenzierter geworden, wie Kaffee in Lebensstile eingebunden ist. Oder eben zur Distinktion oder, oder auch zur Gruppenidentität genutzt wird. Das, das würde ich auf jeden Fall unterstützen wollen, weil, also ich sehe es auch so, dass es nicht unbedingt als, als, als so ein Zigaretten-Surrogat irgendwie funktioniert, weil, ähm, das Rauchen, ich sehe, also das Rauchen halt nicht so diese Individualisierungspotenziale hat, wie der Kaffee. Also weil die wirtschaftliche, also die, die wirtschaftliche Bedingungen von Produktionsgütern, die ja mittlerweile Teil von, äh, von, von Selbstbeschreibungen sind, ne, nicht, äh, man, wie, wie Dominik schon gerade gesagt hat, ne, Bio oder, oder Fertrad. Oder auch, ähm, was bei Kaffee ja auch ganz wichtig ist, über was man sich ja auch, ähm, seine, sich selbst beschreiben kann, seine Individualität hervorheben kann, ähm, ist ja auch, und das, das wurde ganz, das wurde schon am Anfang gesagt, die Zubereitung von Kaffee, nicht? Also man kann ja zu Hause, man kann den Kaffee sehr aufwendig zubereiten, weil das ist ganz kompliziert und ganz schwierig, den Kaffee zu, zu, zu bereiten. Und das, äh, sollte man mal den Menschen sagen, die dafür nur fünf Minuten am Automaten brauchen, ähm, dass das ja eigentlich gar kein, ja, aber das, aber da merkt man schon, wenn man so darüber redet, na, das ist eine Distinkt, das ist eine Distinktion, das ist eine Selbstbeschreibung, wenn man dann halt, äh, halt auch die, also auch dieses, ähm, diese Zubereitung da mit reinsteht, kann man sich auch selbst beschreiben. Was bei der Zigarette ja eigentlich nicht so ist. Ich meine, beim Rauchen, was da noch so grob möglich ist, ähm, halt über, über Zigarette oder Pfeife oder, oder, ähm, Zigarre, oder Zigarillo, aber das ist halt alles, das ist alles sehr, sehr grob. Und ich weiß nicht, ob das so strapazierfähig ist, dass es den, äh, den gegenwärtigen Ansprüchen an eine Individualisierung halt gerecht werden kann. Was der Kaffee halt kann. Ja, also, ähm, ja, ähm, ich meine, Tabakkonsum, Rauchen, äh, kommen wir vielleicht auch von ab, aber, ähm, was, ähm, was, was ich auffällig finde. Also, einmal kann man zum Tabakkonsum sagen, ja, es ist, ähm, sogar erst mal an Differenzierung, Pluralität zurückgegangen, weil eben heutzutage fast ausschließlich von Rauchern Zigaretten geraucht wird und es keine nennenswerten Anteile an Pfeifenraucher, Zigarillos oder Zigarrenraucher mehr gibt. Ähm, auch der Anteil derjenigen, die sich selber drehen, ist erst mal stark zurückgegangen. Der mag jetzt, ähm, durch, äh, die jüngeren Preiserhebungen in den letzten fünf, Erhöhungen der letzten fünf bis zehn Jahre wieder etwas angestiegen sein, aber prinzipiell, ähm, hat es erst mal, ähm, einen Trend dazu gegeben, dass alle nur noch die normale Filterzigarette rauchen, die, also von den Rauchern. Ähm, in ganz jüngerer Zeit hat es aber ja dieses, ähm, diese Mode gegeben, und die gibt es immer noch, ähm, 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 diese Shisha-Rauchen. Und es gibt eben ja auch, ähm, wie sagt man, Gastronomie dazu, also Salons, Räume, ähm, also öffentliche Orte, die Shisha-Bars, genau. Und, ähm, ähm, was ein noch neuerer Trend ist, sind die, ähm, Elektrozigaretten. Ja, aber da hast du doch wieder den Weggang von der Geselligkeit, die ja ein Pfeife-Raucher ausstrahlte, ja, der passt ja gar nicht in unsere selbstoptimierte, äh, Arbeitswelt, wenn der da mit einer Pfeife nur nachdenkt, da ist doch so eine Zigarette etwas viel, äh, äh, besser haben, äh, handhabendes für unterwegs. Und die gleiche Parallele hast du ja von der Kaffeetasse zu Kaffee-to-go. Und ich bin mir nicht sicher, ob, äh, der Kaffee deshalb die Zigarette, also nicht schlägt, aber ob der Kaffee wirklich deshalb so hip ist, weil er zur Ausdifferenzierung, wie Thomas, wie du sagst, zur Ausdifferenzierung herhalten kann aufgrund seiner vielfältigen Zubereitungsform oder ob es nicht wirklich der Bio-Lebensstil ist und der Selbstoptimierungsstil, äh, in denen er, äh, die, 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 der Geist der Arbeitsethik, in den er reinpasst. Das, also, das, also, das, das mag wohl auch ein Teil sein, halt dieses Ausdifferenzierungspotenzial des Kaffees, ähm, aber ich teilte den tatsächlich nicht mehr für wesentlich. Also, klar, ähm, dieses, also, dieses, dieses sich bei, was man vielleicht, ich weiß nicht, das weiß ich tatsächlich nicht, kann mir, kann mir da jemand von euch helfen, ob das der Wirklichkeit entspricht? Es gibt ja dieses Bild, ähm, dass sich kreative Menschen, die arbeiten nicht zu Hause, sondern die arbeiten bei Starbucks, ne? Und die sitzen da. Ein Laptop und Kaffee. Genau. Aber ich, also, ich, 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 ich wüsste dazu jetzt keine, keine, keine Erhebung irgendwie, wie, wie die Arbeitsverhältnisse in der Kreativbranche, in der sogenannten Kreativbranche, aussehen, ähm, ob das wirklich, äh, so ist, oder ob das halt nur eine, ein, 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 ein massenmediales Bild ist. Ein Klischee. Das weiß ich auch nicht, aber, ähm, man, wenn wir davon ausgehen, dass die Kreativen einfach Laptops haben müssen, äh, weil sie viel unterwegs sind und weil sie in diesen Kreativbüros arbeiten, wo es keine festen Desktop-Installationen gibt, und wenn die dieselben, äh, Kaffeekonsum-Handhaben wie, wie wir bei uns in der Verwaltung, wo ich arbeite, äh, dann, dann ergibt sich dieses Bild automatisch. Ich meine, ich, ich arbeite jetzt in einem Einzelbüro und bei mir steht der Kaffee und der Computer, so. Das sieht aber keiner als Bild. Die Kreativen arbeiten halt, naja, Starbucks hat die, äh, hat ziemlich zeitig WLAN ermöglicht, wo du mit deinem Laptop dann auch arbeiten kannst und da ergibt sich das quasi von selbst, was aber nicht heißt, dass dieses Bild, was sich irgendwie von selbst ergibt, nicht dann doch zu einem Merkmal eines Lebensstils transformiert werden kann. Ja, und, also dazu würde ich nur sagen, ähm, dass, das, ähm, dass, ähm, dass, also die Menschen aus der sogenannten Kreativbranche bei Starbucks sitzen, hat wahrscheinlich nicht in erster Linie ja was damit zu tun, dass sie viel unterwegs sind, sondern einfach, dass, äh, halt so in diesen Branchen die Arbeitsplatzverhältnisse sehr unsicher sind, Büroräume einfach sehr teuer sind. Ähm. Ja, das meine ich doch mit viel unterwegs. Die müssen halt von, von einem Tisch zum anderen. Was aber, gut, aber was, aber, was ja aber nicht, was, was aber, ähm, was dann aber interessant ist, ist ja, daraus folgt ja nicht, dass die sich unbedingt bei, in, 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 in eine Kaffeekette setzen. Ja, wenn du WLAN existierst, ähm, genau. Also, ähm, du hast bestimmt auch Recht, wenn du, ähm, da kreativ, ähm, Kreativmenschen sagst, aber ich glaube, ähm, also es wird klarer, ähm, wenn man, ähm, ähm, das so sieht, also Kreativmensch, das ist einfach zu eng gegriffen. Du hast Recht, aber das ist zu eng gegriffen. Wenn ich jetzt mal mit meiner Lebensstil-Forschungsbrille darauf blicke, dann würde ich sagen, ähm, die Menschen, die mit ihrem, ähm, Apple-Laptop, ähm, in diesen Kaffeebars sitzen, wie es ja vielmals zumindestens behauptet wird und, ähm, wie es aber auch doch tatsächlich jeder sehen kann, denke ich, ähm, das lässt sich doch, also man könnte eben, ähm, so ein, ähm, Klassenmodell, ähm, von Bordieu nehmen oder diese typischen Milieumodelle, wie man sie von Fester kennt, wo man dann eben, ähm, also egal, wie, wie man es jetzt eben aufbaut, welches Konstrukt man hernimmt, ähm, ähm, die einen sind halt eher kulturell orientiert, die bauen auf kulturelles Kapital, die anderen eher auf ökonomisches Kapital und die, die auf das kulturelle Kapital bauen oder, ähm, ähm, äh, den nacheifern, die da oben stehen, ähm, die sieht man eben in dem Kaffee trinken, in den Kaffeebars trinken, mit ihrem Laptop sitzen. Und das ist gar nicht so weit entfernt von dem Bildungsbürgertum, von den Dichtern und Denkern, die früher, ähm, die Kaffeehäuser besiedelt haben. Das, das, das weiß ich nicht. Also da würde ich, ähm, weil dieses, diese Kaffeehauskultur der, des, des aufkommenden Bürgertums, das hat ja vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder bei, bei, also weil das hatte ja diesen Aspekt der Öffentlichkeit, ne, also es war halt das resonierende Publikum, ähm, das dann halt auch, wie gesagt, durch, durch aufkommenden Buchdruck und so weiter, das sind Informationen, na, also Informationen halt selbst zum Gesprächsthema wurden und so weiter, eine, 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 eine reflektierende, resonierende Öffentlichkeit aufkommen, was denn ja im Prinzip, ähm, also was hier die, diese Situation bei, äh, jetzt in, bei diesen, äh, Kreativbranchen und so weiter gar nicht mehr hat, ne, also da sitzt ja kein resonierendes Publikum mehr. Ja, doch, doch, äh, kommt halt, äh, also du hast recht, wenn du diese Perspektive, also ich kann nachvollziehen, aber ich glaube, du übersiehst einen Punkt, nämlich, dass die Öffentlichkeit der Kreativbranche im Internet stattfindet und da sind die angebunden. Und wenn die, das, was früher in den Kaffeehäusern Face-to-Face ausgehandelt wurde, das wird bei denen, wir nennen sie jetzt mal Kreativmenschen, jeder weiß, wen wir meinen ungefähr, das findet über Twitter, Facebook und so weiter statt, das sind die Plattformen, wo die Öffentlichkeit herstellen. Das ist vielleicht sogar ein ganz interessanter Punkt. Das ist, das ist tatsächlich, das hatte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ja, dass die Öffentlichkeit von früher, also dass Starbucks tatsächlich das Kaffeehaus von früher jetzt wird, nur eben angeschlossen das Internet. Ja, also, ähm, kann sein, dass das auch dazu beiträgt, aber, ähm, da drauf würde ich meinen Argument noch nicht mal so aufbauen. Also, ähm, es ist ja nicht das Gleiche. Ich sage nur, dass da eine gewisse Nähe besteht. Es ist ja auch ein ganz großer Unterschied, ähm, dass das damals vielleicht die oberen fünf oder zehn Prozent der Bevölkerung waren, wenn überhaupt, die sich dort, ähm, als Intellektuelle, als Dichter und Denker, ähm, oder Bildungsbürger in den Kaffeehäusern, ähm, getroffen haben. Jetzt ist es ja ein viel größerer Anteil. und, genau, es spielt vielleicht jetzt auch nicht mehr so, die, Spielt das denn eine Rolle, die, die Quantität? Ähm, ähm, ja, weil über die Quantität eben, ähm, eine andere Qualität reinkommt, weil es eben andere, andere Schichten sind, andere Milieus. Ähm, und, es ist, also, es gab ja einfach auch viele Schritte, ähm, bis dahin. Also, wenn man sich mal vorstellt, den, ähm, den Studenten und Dozenten, ähm, ähm, der mit seinem Buch, ähm, in einem französischen Café setzt, so. Da haben alle ein, ein Bild, ähm, das ist ein Typus, den eigentlich jeder irgendwie kennt. Man kennt ihn aus, aus, ähm, aus Literatur, man kennt ihn aus, ähm, aus Filmen. Aus den Massenmedien. Aus den Massenmedien. Genau, aus, genau, aus den Medien. Und, ähm, das ist eben dann auch so ein, ähm, äh, oder der Schriftsteller, der sich, ähm, da reinsetzt und dann da an sein Manuskript arbeitet. Oh, das hast du doch mit dem Blogger. Und jetzt ist es der Blogger, genau, aber die schließen eben an diesen Trend von den, aus den 50er, 60er Jahren eben an. Und, ähm, und nochmal 50 Jahre davor, ähm, ähm, also woran dieser, dieser Schriftsteller, der, vielleicht auch schon in den, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Intellektuelle, der sich zum Schreiben und Lesen dort reingesetzt hat, der wird eben daran angeknüpft haben, dass er sich damit die Zuschreibung zu den ehemaligen Bildungsbürgertum, ähm, ähm, was schon immer Zeit, ähm, oder eben schon 100 Jahre davor Zeit in Kaffeehäusern verbracht hat. Eben jetzt aber anders, als eben eher allein. Und dieses, so ist dieses alleine gekommen. Nee, eben nicht allein, weil er angeschlossen ist im Internet. Ja, heute hat er wieder Anschluss übers Internet. In den 50er Jahren der Schriftsteller nicht. So. Ja, aber, aber da möchte ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, weil, äh, während, während den halt, also ich gehe, ich gehe immer noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück, ne, das ist das 18. Jahrhundert, ähm, während da die Kaffeehäuser, ne, während da das sich das, also während da sich eine Öffentlichkeit versammelt hat, also eine resonierende Öffentlichkeit, die sich gegen, also die sich in, in Abgrenzung zum Staat verstanden hat, ne, ne, ähm, und über den Staat gesprochen hat, ob das jetzt, was jetzt in, 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 in Starbucks und so weiter passiert, ob das nicht nur auf einer, sag ich mal, reinen Formebene daran anschließt, an diese, an diesen, äh, wie soll man sagen, an diesen bildungsbürgerlichen Nimbus des Kaffees und, aber, äh, diese Funktion nicht wieder aufnimmt, sondern halt in, in, in dieser reinen Pose bleibt, ne, also, also ob, also, halt durch, eben dadurch, dass sie da, dort nicht sitzen, aus, aus, aus einer, aus einem, wie auch immer gearteten, halt, ähm, halt, äh, Öffentlichkeits, äh, also das, um einen öffentlichen Diskurs zu führen, sondern halt aus, aus wirtschaftlichen, aus, aus einer wirtschaftlichen Zwangslage, weil die Arbeitsbedingungen nun mal so sind, wie sie sind und sie dazu genötigt werden. Wenn dem so ist. Und eben dann nicht. Das ist ja eine sehr steile These, die ihr da aufgestellt habt. Ja. Das wird vielleicht, die wird vielleicht auch etwas erklären, im empirischen Sinne. Die wird nicht ganz unrelevant sein, aber ob das tatsächlich der große Faktor ist, ähm, das, ja, also, Also, ich bin immer noch dabei, ich bin immer noch dabei, ähm, einen Unterschied aufzumachen zwischen den, äh, zwischen den, 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 den Kaffeehäusern, äh, des 18. Jahrhunderts. Früher und Heu. Und ich will die Gemeinsamkeit aufmachen. Deshalb hat mich die Kritik von Dominik verwundert, als er sagt, wir stellen eine steile These auf, weil wir gegensätzlich die Faktor sind. Nee, die These von, ähm, ähm, weil, ähm, die, dieser Wirtschaftsbereich nicht so viel Geld hat, ähm, arbeiten die alle, in den Kaffeebars. Ähm, und deshalb füllt sich das. Ja, also, es geht ja nicht darum, dass da alle drinnen arbeiten, aber dass, dass ich, dass ich, dass ich, also dieses, dass ich ein Groß, also, dass sich ein Teil davon dadurch speist, also, beziehungsweise dieses Bild, das, das, weil, es ist ja auch Quatsch, dass in diesen, äh, in diesen Kaffeeshops, äh, das, dass da, dass da, dass da halt das hauptsächlich Publikum irgendwelche dort sitzenden Menschen aus der Kreativbranche sind. Das ist ja auch nicht so. Ähm, Na gut, aber wir haben ja ein Bild davon und das muss ja irgendwie entstanden sein. halt, das haben wir daher, worüber wir alles über die Welt haben, ne, aus den Massenmedien. Weil die ganzen Blogger in den Massenmedien ihre Webseiten so gestalten, dass irgendwo ein Laptop zu sehen ist und ein Kaffee. Ja. Aber, ähm ... Aber, ähm ... Rene, du hast ja einen Blog, äh, wann hast du das letzte Mal, äh, den Blog von, aus einem, aus einem, äh, aus einem, äh, so einem Kaffee-Stand herausgeschrieben? Der hat den passenden Lebensstil nicht dazu. Jeder, der René gesehen hat und weiß, wie er aussieht, wie er sich gleitet, weiß, ähm, er hat nicht den Lebensstil, um sich bei Starbucks reinzusetzen. Das ist jetzt sehr gemein. Oder sehr freundlich. Oder sehr freundlich. Ja. Das kommt ja drauf an, wie man zu diesem Lebensstil steht. Ach so, das ist sehr freundlich. Weil das, weil das an diesen Massenmedien, also weil es ans Bild anschließt, ne? Also es geht gar nicht darum, dann, also dann ist halt so dieses, dieses Bild ist halt das Dominante, ne, was vom Kaffee existiert. Nicht das tatsächlich Verhalten da drauf, weil wer weiß schon, wie irgendwo auf der Welt, ähm, der Kaffee konsumiert ist, ne? Das, äh, wir, wir haben das Bild. Naja, also wie es uns aus dem, aus, aus Massenmedien halt vermittelt wird, ne? Und dann wird es durch eine selbst, selbst erfüllende Prophezeiung, ja? Zur Realität, weil sich die Leute daran orientieren. Aber wir haben ja diesen ganz großen Strang der Lebensstile. Und da knüpft ja an auch so die, ähm, Generationsforschung. Und wir müssen den Tilman Allert, der dieses Büchlein geschrieben hat, Latte Machate, müssen wir wenigstens noch erwähnen. Und da könnt ihr mal überlegen, ob seine These für euch haltbar ist, die er auf Latte Machato ausschüttet. Da geht er davon aus, Milch ist so das Zeichen für die Kindheit und Kaffee fürs Erwachsenenleben. Und die Jugendlichen wollen ja prinzipiell alle erwachsen sein und deshalb stehen die so alle Jugendlichen sozusagen auf Latte Machato, weil die da mit viel Milch einen Schluck Kaffee bekommen und das repräsentiert für ihn das anstrengungslose Erwachsenwerden. Also er, ich habe mir das notiert, Moment, er schreibt, wer Latte Machato trinkt, trinkt schon den Kaffee, der die Milch hinter sich gelassen hat, aber bleibt der Milch treu, die doch keine mehr ist. Und junge Japaner mögen ja auch viel Sojamilch in den Kaffee reinschütten. Ist das für euch plausibel, dass Jugendliche deshalb auf Latte Machato stehen, weil die mit der Milch in der Kindheit verhaften und quasi schon mal ein bisschen erwachsen werden, kosten können? Oder ist das zu essayistisch und literarisch gedacht für euch? Also das ist mir ein bisschen zu sehr rumpsychologisiert, ich weiß noch nicht. Also ich würde dem so jetzt nicht zustimmen. Also was ich gefunden habe, ist eine Untersuchung über Alltäglichkeiten, wo Kaffee auch versus Milch gesetzt wird und gesagt wird, Milch überbrückt die Institution Familie und Schule. Also die Mutter gibt dem Kind, ja Milch steht halt für Kindernahrung, angeblich gesunde. Und dann gibt es die Milch mit, beziehungsweise in der Schule gibt es auch noch mal Milch. Heute vielleicht nicht mehr so, ich weiß gar nicht, von wann das war. Und Kaffee dient im Gegensatz dazu als Differenz innerhalb der Familie, um noch mal zu konstituieren, die verschiedenen Generationen. Denn Erwachsen heißt Kaffee, Kind heißt Milch. Und ich durfte als Kind auch keinen Kaffee trinken, das war schon ein Zeichen von… Das klingt für mich plausibler, ja. Also vor allen Dingen von Lebensphase jetzt oder weniger Generationen. Lebensphase meinst du dann auch eher, ne? Ja. Ja, da hast du es auf den Punkt gebracht, Lebensphase. Aber das ist ja dann, aber das ist ja, also die Kind… Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es eigentlich historisch gesehen schon Kinder? Ich glaube noch nicht so ewig lange. Eine Kindheit ist eine Entwicklung, das… Ich glaube im Mittelalter gab es noch keine Kinder. Aber jedenfalls, aber jedenfalls, dass eben nämlich dieser Über… Also dass irgendwie für die Personen eine Abgrenzung ist und das ist mir zu psychologisiert. Ich könnte es mir eher andersrum vorstellen, wie du es denn als Zweites gesagt hattest, dass eben halt das, also weil Kaffee halt ein Erwachsenengetränk ist, sich da halt es den Kindern halt verweigert wird, weil eben die nicht erwachsen sind, so jetzt ohne da groß halt nämlich das Ritual oder sonst irgendwas im Kopf zu haben, sondern einfach, weil das gesellschaftliche Realität ist. Kaffee ist ein Erwachsenengetränk und dass dann diese ersten, diese ersten, naja, Kaffee-Erfahrungen, keine Ahnung, das klingt irgendwie ziemlich merkwürdig, aber ich nenne es jetzt erst mal Kaffee-Erfahrungen, dass die dann mit Milch passieren, oh mein Gott, klingt das albern, also dass die ersten Kaffee-Erfahrungen mit Milch passieren, könnte dann daran liegen, weil halt Milch einfach das Getränk ist, was Kindern halt auch gegeben wird, eben auch aus gewissen gesundheitlichen Aspekten, die man der Milch dann zuschreibt, dass man das Kindern gibt, um den Kaffee zu verdünnen, also das, weil man sagt, das ist ja, das ist jetzt noch zu stark für die Kinder, das können sie noch nicht, aber das ist halt, das sind aber viele Konstruktionen, die da ineinander spielen, einmal die Konstruktion von Kindheit, denn halt diese, diese Identität von Kaffee und so weiter, die da und von Milch, die halt ineinander greifen, die aber meiner Meinung nach dann eher ihren Ursprung in diesen, in diesen, in irgendeiner, in einer Form von sozialer Realität haben, die halt die Identitäten von Kindheit, von Erwachsensein, von Kaffee und so weiter konstituieren, als in so einer symbolischen Interpretation des Ganzen. Ja, und dann hat uns Dominik ja erzählt, wie ausdifferenziert der Kaffee ist und dass es auch die Latte Macchiato Mütter gibt und ja, da müsste man wahrscheinlich empirisch einfach mal gucken, was da haltbar ist. Ich weiß, auch nicht, wie ich die These von Tim and Allard da jetzt einschätzen soll. Das ist mir sehr freudianisch auch gedacht irgendwie. Aber ich, also Portier macht das ja aber auch manchmal so. Ja, also in dieser ganzen Geschichte, die er da, wie heißt dieses vor moderne Volk, was er da beobachtet hatte. Die Kabülen. Die Kabülen, genau. Ja, und also dort beschreibt er auch einige Praktiken und wie die ausgeführt werden und was da alles drin steckt in genau dieser Ausführung, wie die Frau den Apfel unter dem Baum aufhebt. Das geht auch sehr, von den Interpretationen hat mich sehr daran erinnert. Also wir haben jetzt gut eine Stunde wahrscheinlich schon diskutiert, haben jetzt Lebensstile, Generationen, Abgrenzungen und mir kam es schon ein bisschen so vor, als schauen wir uns stark den Überbau an, was ja Thomas sehr entgegenkommt. Und ein zweiter Strang, den ich, also den ich eigentlich unbedingt ansprechen möchte, weil es halt die Essenz der kleinen Dinge für mich halt ausmacht, ist, dann wirklich mal jetzt ins Ritual, ins das zu gehen, was die Erlebniswelt von uns jetzt auch widerspiegelt. Meine Frage ist jetzt, wieso brauchen wir eigentlich den Kaffee oder überhaupt einen Anlass zum Treffen? Also ein Beispiel aus meinem bewegten Leben. Wir saßen in der Kneipe am Stammtisch und haben gequatscht und quatscht und die waren alle so drauf wie ihr, also endlos reden und wie ich auch. und dann war es 0 Uhr, 1 Uhr, er sagt, der Wirt, das Bier ist alle. Und wir waren so vier, fünf Leute und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir nun? Fahren wir doch zur Tankstelle, holen irgendwas? Oh nö, das ist so. Und dann ging jeder für sich nach Haus. Und alle wollten eigentlich noch zusammenbleiben und diskutieren. Und ich habe gesagt, dann lasst uns doch irgendwo hinfahren und reden. Nein, es musste irgendwie ein Verzehrmedium her. Und das ist jetzt der Kaffee eine Möglichkeit, dort war es Bier, aber wir sprechen jetzt über Kaffee. Und jetzt ist ja ein Kaffee, es sind verschiedene Situationen, Alltagssituationen gebunden. Wir können ja sagen, die Kaffeepause, das Treffen auf dem Kaffee, die Kaffeeinladung und so weiter. Wieso braucht es da zum Kaffee? Wäre so ein Zugang, um mal so ins Mikro, richtig in die Mikroebene so ein bisschen reinzugehen. Ja, ja. Darf ich kurz dazu? Ich bin schon mal kurz im Kaffeeinladung. Wir müssen aber das Mikro auch. Nee, ja, ja, nee, nee, nee. Ich denke, na ja, weil aus meiner Perspektive lässt sich das ja sowieso nie so ganz zu trennen. Man muss dazu sagen, du bist ja überzeugt, nee, überzeugt ja nicht, aber du bist ja Bielefelder und damit Systemtheoretiker. Binär ausgedrückt als Systemtheoretiker. Nein und ja. Meine Alma Mater ist ja Gießen. Ja, aber Mediensoziologie in Bielefeld, da hat man ja Luhmann auf die Stirn tätowiert. Ja, aber meine Luhmann, mein Ludumstudio, das ist tatsächlich eher in Gießen verortet als in Bielefeld. Also ich habe aus Bielefeld nicht, also ist nicht so prägend. Nein, 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 nicht so prägend wie Gießen. Aber, nee, aber die, weil ich auch zu Beginn hatte ich ja, hatte ich ja, glaube ich, kurz gesagt, dass es ja durch den Kaffee dann bei den, in diesen bürgerlichen Milieus dann halt dieses, auch diese, diese Salonkultur gab oder möglich wurde, die ist eigentlich ja nur bei, die vorermals nur beim Adel gab, weil es jetzt ein Getränk gab, das man anbieten konnte, weil man konnte sich ja nicht aus Wasser treffen, ging irgendwie nicht. Das war, also man hätte ja sich auch bei einem Glas Wasser unterhalten können, aber das, das, das war wohl irgendwie, man musste etwas haben, was hinreichend, hinreichend teuer, teuer ist, um, um es, damit es etwas Besonderes genug ist, um es anzubieten. Also da steckt ja was Ähnliches drin, was du gerade erzählt hast. Auch damals, man hätte ja auch einfach so sich im Salon treffen können. Man hätte ja auch einfach so sich in einem großen Haus treffen können und über, 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 über Politik und so weiter reden, beziehungsweise, es kam ja erst später, aber über aktuelles Tagesgeschehen aus, aus der Zeitung und so weiter, die damals neu aufkam, zu reden. Und hier ist es jetzt auch so, dass, was, was du erzählt hast, naja, man hätte natürlich, man kann sich doch auch einfach, man kann sich doch gemütlich irgendwo, wenn, wenn es Sommer gewesen wäre, hätte man sich ja irgendwo im Park auf eine Wiese setzen können oder wenn es Winter ist, hätte man ja auch sich irgendwie, äh, zu jemandem nach Hause oder auch von mir aus in die, in die, in die Bahnhaushalle sich stellen können oder sitzen können und, und reden. Das wäre ja alles möglich gewesen, wenn es darum, äh, wenn es rein darum ginge, ähm, einfach nur das Gespräch miteinander zu führen. Aber das reicht nicht. Und ich glaube auch, dass, weil in jeder dieser Handlungen auch immer zwangsläufig eine Selbstbeschreibung drin steckt. Und, ähm, es, es hat ein gewisses, es hat ein gewisses Bild, sich einfach irgendwo hinzustellen und sich zu unterhalten. Und, das, und, und, und mit diesem Bild möchte man sich nicht selbst beschrieben wissen, sondern es muss, halt so, also dieser, dieser Stil ist es und deswegen meine ich, Makro und Mikro hängt immer zusammen, weil dieser, dieser Stil, das Kaffee trinken oder sich auf ein Bier treffen oder welcher Anlass auch immer, ist, der ist natürlich halt durch, das ist natürlich eine, eine soziale Realität, die ist gesellschaftlich geformt, ne, aber man, aber es, auf der Mikro Ebene schlägt es durch, weil es als Selbstbeschreibung benutzt wird. Und dann wären natürlich gewisse Formen möglich und gewisse Formen sind nicht möglich, weil man sich damit nicht selbst beschreibt. Also nicht als bewusster Akt, dass man das als für sich will, sondern dass das einfach nicht, also dass es einfach diese Aversion auslöst oder einfach nicht in den Sinn kommt, wie, wie das, äh, wie das, wie das auch, auch Marx beschrieben hatte, ähm, also was ja, was Montieu gesagt hat, dass Marx das so geschrieben hätte, äh, das, na, also das halt gewisse, gewisse, halt so der, der Geschmack, der gewisse, die, die feinen Unterschiede, die, 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 diese Selbstbeschreibung, die da drin steckt, jetzt als systemtheoretische Fassung, ähm, dass das einfach, es nicht themiert, kein Handeln, aber es macht gewisse Sachen nicht denkbar, in, in diesem Sinne, ähm, und ich glaube, da steckt so etwas dahinter, hinter, also jetzt grob nicht hinter, also, da sind wir zwar nicht beim Kassi, aber das, dieses, dieses benötigt, die sind, das, das, das ein Anlass nötig ist, um sich zum Beispiel zu unterhalten, was, der nicht die Unterhaltung selbst ist, also das ist dann schon sehr speziell, das sind dann diese Diskussionszüge und so weiter, das ist schon sehr speziell. Ich habe Ihnen natürlich die Frage gestellt, nicht ohne, da auch zwei Antworten, zu haben. Also die eine wäre so eine anthropologische Sache, dass man ganz schnell sagt, äh, Essen, Verzehren an sich ist gemeinschaftsstiftend und deshalb ist es eigentlich auch ganz nützlich, jede Form von Gemeinschaft, die man herstellen will, an Essen zu koppeln, dass man das sehr gut nutzen kann, um zum Beispiel neue Bekanntschaften oder so, sich, äh, sich mit denen zu treffen, anstatt jetzt mit denen irgendetwas zu tun, Tennis zu spielen oder so, ne, weil da Essen schon stärker Gemeinschaften, aber das andere ist, warum nicht nur reden, man könnte sich ja auch sagen, so, wir treffen uns und reden und da glaube ich, also das ist jetzt der Punkt, wo, wo, wo es wirklich auch Spaß gemacht hat, so drüber nachzudenken, das andere war ja alles hier, ja, Soziologie und so. Okay. Aber das ist jetzt so das richtige Mikroskop, dann auch wirklich mal, rauszuholen, was wir ja auch vorhatten, so zu schauen, wie wir auf, beim Kaffeetrinken reagieren, uns dabei Gedanken zu machen und so. Und da könnt ihr mir sagen, ob ich da falsch liege. Ich finde, reden ist viel verbindender, also das überwindet sehr schnell Barrieren und das ist nicht immer gewollt. Also du hast das Kaffeeritual auch als Schutzschild, dass du das Zeichen hast, zum Beispiel, wenn du jemanden zum Kaffee einlädst, hast du immer so, wir sind hier zwar zusammen, aber Stopp, wir sind noch nicht als Freunde zusammen, sondern als Nahrungsteiler. Und das hält immer noch die Option offen, die andere Person zurückzuweisen oder einen Schritt weiter zu gehen. Wenn man sich nur zum Treffen, zum Reden trifft, muss man ja ein Thema irgendwie haben. Und beim Kaffee hast du dann noch die Möglichkeit auszuweichen, so im ganz Kleinen. Du kannst über die Wärme des Kaffees reden, über den Geschmack, über, ob du gerade einen Zucker brauchst. Du kannst dem anderen signalisieren, ich muss jetzt mal eine Minute still sein, kann jetzt gerade nicht reden, weil ich trinke jetzt gerade meinen Kaffee. Und das sind Kleinigkeiten, die der Kaffee, also die das Ritual ermöglicht, die nicht da sind, wenn du nur mit jemandem redest. Dann bist du darauf festgelegt, jetzt musst du irgendwas Gescheites sagen und eine Grenze überwinden. Wo du das so sagst, René, wenn ich mir das jetzt mal auch so vorstelle, man würde gefragt werden, treffen wir uns am Dienstag zum Reden? Dann käme wahrscheinlich bei vielen doch sofort so die Frage auf, ja, über was wollen wir uns denn unterhalten? Also einfach zum Reden ist zumindestens nicht als Institution irgendwie so oder als, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, als Ritual irgendwie vorhanden. Da gibt es nur die Podcasts, die Labe-Podcasts, die das Ritual ist. Und wenn mich jemand fragt, ob wir uns am Dienstag zum Kaffee treffen, weiß ich, dass wir reden werden. Aber er hat es nicht gesagt und ich muss nicht fragen, über was. Ach so, du meinst, das ist ja etwas, was immer wieder auftaucht in soziologischen Untersuchungen auf der Mikroebene, dass man etwas tut, jeder weiß, dass man eigentlich was anderes meint und man spricht und tut eigentlich was anderes als das, was man wirklich damit bezweckt. So eine latente Variable, die da immer mitschwemmt. Wir tun etwas und ich glaube Blumann oder irgendjemand hat doch immer gesagt, während wir etwas tun, tun wir alle noch was anderes. Genau. Und auch wenn man, wir belügen uns im Prinzip sogar, weil wir treffen uns eben nicht zum Kaffeetrinken wirklich. Ja. Das ist gar nicht die Intensivität. Beziehungsweise, es ist ja nicht wirklich gelogen, sondern so funktioniert einfach unsere Kommunikation. Also da sieht man, was für ein kulturell komplexer, aufgeladener Akt das ist. Ich habe den Faden verloren. Okay, dann mache ich mal weiter. Ihr kennt ja Goffmann. Ja. als einen berühmten Soziologen, der sich so auf kleine Rituale und das Beobachten kleiner Rituale spezialisiert hat. Und nach seinen Vorstellungen entsteht, das Soziale erst in der Interaktion. Also ich glaube, der ist nicht so der, der jetzt Thomas' These von den Strukturen so annehmen würde, die auf uns wirken, sondern das Soziale wird ausgehandelt, immer in jeder Situation. Und er sagt, Rituale ermöglichen uns eine geteilte soziale Wirklichkeit, indem sie die Aufmerksamkeit aller Beteiligten binden auf das Ritual. Und da könnte man ja sagen, okay, wenn das so ist, dann muss ein Gegenstand her, der die Aufmerksamkeit bindet. Und das mit reinem Reden klappt das ja nur, wenn man einen gemeinsamen Gesprächsgegenstand hat. Das ist nochmal der theoretische Unterbau für das, was du gesagt hast, Dominik, eigentlich. Weil der Kaffee bietet dann den Aufmerksamkeitsfokus, den man für die Interaktion braucht. Und dadurch können wir mal hier etwas über den Kaffee erzählen und wir können uns davon auch immer in dem Ritual entfernen von. Aber letztlich klappern wir mit der Tasse, wir werfen da Zucker rein, wir rühren um. Das sind so Kleinigkeiten, die uns die Möglichkeit geben, jetzt nicht wirklich in die Tiefe in ein Gespräch einzugwirren, sondern so an der Oberfläche zu bleiben. Und die ermöglichen uns es erst, mit dem anderen zusammen zu sein, über das Ritual. Und das ist nicht mehr notwendig, wenn wir uns richtig kennen, weil dann wissen wir ja, welche Gesprächsthemen wir auf den Tisch bringen müssen, um unsere Beide aufmerksam oder unsere Dreier Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ich glaube genau, dass dieses, wenn man sich nur zum Gespräch träfe, ich meine, wir praktizieren ja jetzt, wenn man jetzt nur ganz oberflächlich schaut, praktizieren wir ja jetzt gerade ein Gegenbeispiel. Wir sitzen ja hier, um uns zu unterhalten. Aber ich denke, dass das nur möglich ist, weil das Gespräch, also dieses Treffen zum Gespräch, das ist etwas sehr Intimes. Ja, genau. Das ist eigentlich das Wort, was sich das überwindet. Barrieren ist also etwas Intimes. Ja, genau. Ja, das will ich nochmal ganz, ganz dolle festhalten, weil das Ritual uns dann von der Intimität zurückhält, sozusagen. Genau. Weil es ist ja auch so, wenn dann halt, es ist auch, weil es ist auch ein enormes Risiko, sich zum Gespräch zu treffen, wenn man auch schon ein Verhältnis zu der Person, mit der man sich trifft oder mit den mehreren Personen, mit denen man sich trifft hat, ist halt, wenn man sich zum Gespräch trifft, ist das ein enormes Risiko, weil es kann passieren, dass dann der Punkt ist, wo sich alle anschweigen. Also, dass dann der Anlass halt dann offensichtlich, offensichtlich gescheit ist, was halt, wenn man sich auf einen Kaffee trifft, da kann das halt eigentlich nicht so passieren. Dann kann man, anstatt zu reden, kann man noch ein bisschen was trinken, so und was du alles beschrieben hast. Es gibt aber diese Ausnahme und deswegen sagte ich halt, wenn man das oberflächlich betrachtet, könnte das, was wir jetzt gerade tun, ja halt ein Gegenbeispiel sein, ist es aber nicht, weil wir nur scheinbar zum Gespräch uns treffen und zwar hängt das auch, hängt das, glaube ich, mit Öffentlichkeit und mit Massenmedien zusammen, weil nur dieser Referenz auf massenmediale Diskurse, das ist halt die Flucht aus der Intimität. Wenn wir, wir machen jetzt sogar tatsächlich beides, also wenn man sagt, ein Fachgespräch ist ja ein Gespräch, das auf massenmediale Inhalte referiert, in dem Fall Fachliteratur und wir aber richten uns auch noch an ein Publikum, wir reden ja Öffentlichkeit, unser Gespräch hat eine bestimmte Form, wenn wir jetzt nicht das podcasten würden, dann würden wir wahrscheinlich auch anders reden, könnte man sich vorstellen und solche Sachen. Also dieses Treffen zum Gespräch, auch in Talkshows und so weiter, da nur dem Schein nach halt ein Treffen zum Gespräch ist, sondern da geht es um was anderes, da geht es um um das, was, sag ich mal, so eine massenmediale Kommunikation ja auch ermöglicht, halt sich von der Intimität des Gesprächs zu befreien und sich auf so etwas, naja, wenn man so will, erzeugt das etwas Objektives, also jetzt rein im epistemologischen Sinne, also das Objektive, auf das man sich bezieht, um sich dann halt von so seiner subjektiven Position zu lösen. Und wenn man das nicht macht, dann ist das Gespräch etwas sehr Intimes, was auch halt dann die ganzen Gefahren in sich trägt, die das so wird. Aber das zeigt auch, wie das man genau hinschauen muss. Wir sollten aber mal so ein bisschen wieder mehr zum Kaffee zurückkommen, finde ich. Ja. Kaffee, also ich will einen Punkt, oder möchtest du erst? Nein. Nein? Das habe ich so gefragt. Das ist ja gar keine Ahnung. Das habe ich selber gemerkt, dass das eine ritualisierte Frage ist, oder dass man das Ritual einhält, jemanden zu fragen, aber eigentlich was anderes. Ne, was ich noch, ich wollte den Punkt noch erwähnen, dass Kaffee ja im weitesten Sinne auch zu den Mahlzeiten dazugehört. und wir, wenn wir mal von den reinen Essensmahlzeiten ausgehen, in der Mahlzeit eine gewisse Notwendigkeit haben. Also wir müssen ja essen. Okay. Müssen wir nicht. Wir würden dann sterben, aber das können wir ja tun. Die meisten Menschen sehen die Notwendigkeit zu essen. Ja, falls sie überleben wollen, das muss man ja zusagen. Ja, jetzt hör mal auf. Es ist einfach überlebensnotwendig. Ja, überlebensnotwendig, genau. Und die Mahlzeiten sind ja nun mal ganz stark an Tischsitten und Ritualen geknüppelt. Und die Mahlzeit als solche, die sehe ich am ehesten verbunden mit Zwangsgemeinschaften, mit Engverbindungen, mit Familie, Kollegen, also mit Gemeinschaften, die man nicht auf einer freiwilligen Basis sich aussucht. Okay. Und jetzt ist es, wir sind jetzt Kollegen, okay, aber wir haben den Vertrag ja nicht, also wir sind ja gezwungen. Ja. Also wir haben jetzt Glück, dass wir uns verstehen, aber wir sind ja schon gezwungen, zusammenzuarbeiten in einer Hochschule, oder? Oder hast du gesagt, oh ja, da ist der René, der macht doch den Podcast, da will ich jetzt auch arbeiten. So. Und jedenfalls Mahlzeiten habe ich verbunden mit der Zwangsgemeinschaft. Und Kaffee ist da irgendwie eher die Freiwilligkeit. Freiwilligkeit, lose Verbindungen, Nachbarn, Bekanntschaften, so ich lade jemanden ein zum Essen, ist schon viel mehr, als ich lade jemanden ein zum Kaffee. Und da haben wir zwei Verzehrsformen und beide besetzen unterschiedliche Arten von Interaktion, von Kontaktaufnahmen. Die Mahlzeit stellt immer wieder her, dass wir, die Zwangsgemeinschaft stellt sie sozusagen her, ritualisiert sie, erinnert immer wieder daran, wer zu dem engsten Kreis gehört. Und der Kaffee bietet sozusagen eine Außenperipherie noch. Man trifft sich ja auf einen Kaffee. Ist eine Übergangsspeise, wenn man so will dann. Ist eine Übergangsspeise, ja. Wenn man so Rituale des Verzehrs und die Stärke der Netze, die damit zusammenhängen will, wenn man die so aufzeichnen würde, wäre der Kaffee sozusagen die Tür, um in das Netz eines Menschen sozusagen, das ist der erste Schritt rein. Würdet ihr dieser Idee folgen, dass die Mahlzeit das engere Netzwerk verbindet und der Kaffee so das lose Netzwerk, man kennt ja in der Netzwerkforschung diese Begriffe, die starken und die schwachen Bindungen und da wären die starken die Mahlzeiten. Und das meinte ich jetzt, also mit Kollegen und Familie, das sind nun mal die Zwangsgemeinschaften. Aber meine Mutter sagt nicht zu mir, hey, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Das kommt mal vor, wenn man irgendwo, aber es ist nicht der Grund des Zusammentreffens. Sondern es ist dann mehr so, dort ist ein Kaffee, lass uns mal reingehen oder so. Aber sagt nicht, ah, René, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Dann muss man sich überlegen, okay, was ist da schiefgegangen, dass wir da so, weil es ist ja auch eine ökonomische Sache, zum Essen jemanden eins, wenn du Leute, lose Leute, von denen du viele kennst, alle zum Essen einnittst, bist du ja arm. Beim Kaffee, jetzt zumindest in unserer Zeit, kann sich das noch jeder leisten. Aber spiegelt sich auch wieder die ökonomische Dimension drin. Also der Preis des Kaffees spielt eine Rolle für seine soziale Funktion. Weil du hast ja gesagt, hast ja gerade gesagt, jeden, den man kennt, zum Essen einladen, dann hat man ja kein Geld mehr. Während Kaffee ist günstig, Leute auf einen Kaffee einladen, das geht schon. Deswegen auch die Verortung, wenn Kaffee, wenn Kaffee Ja, aber ich glaube, das hat zum einen auf jeden Fall einmal diese handfeste ökonomische Dimension, die die soziale Funktion bestimmen kann, aber auch natürlich, sag ich mal, die ganzen sozialen Beziehungen halt, die dann als sozialer Realität halt in diesem Gegenstand stecken. Die als was es gilt, weil ich, als du das erzählt hast, habe ich mir nämlich, habe ich mir jetzt gerade überlegt, also weil über den, also wenn du jemandem Kaffee einlädst, sagst du auch was über dich, weil du jemand bist, der jemand zum Kaffee einlädt, weil das, also weil das Kaffeetrinken für etwas steht, was du jetzt für dich in Anspruch nimmst und so weiter und auch zu der, sagst du auch etwas über, über die Beziehung, in die du da trittst und ich habe mir überlegt, weil würdet ihr sagen, es ist ein Unterschied und wir befinden uns, glaube ich, dann jetzt nämlich in ähnlichen Preisdimensionen, dass wir sagen können, das Ökonomische spielt da keine Rolle, würdet ihr sagen, es ist ein Unterschied oder wie würdet ihr das einschätzen, wenn ich sage, ich habe eine Person, wenn ich euch erzähle, ich habe gestern eine Person zum Kaffee eingeladen oder wenn ich euch erzähle, ich habe gestern eine Person auf ein Eis eingeladen. Ist das, also mir kommt das unterschiedlich vor. Mir auch, ja. Ja, ich würde das Eis tatsächlich eher noch in den partnerschaftlichen Kontext stellen, was als den Kaffee, der, den Kaffee ist ja schon, also man trifft natürlich, eine nette Frau lädt die zum Kaffee ein, was dann wieder abhängig ist vom Zeitraum, wenn, wenn, haben wir schon mal uns unterhalten, Dominik, wenn wir das am Nachmittag machen, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn man 20 Uhr bei mir zu Hause zum Kaffee, aber Kaffee ist so stark auch verankert in, in, in den beruflichen Kontext, dass man da einen Kaffee zusammen drin gibt, um, um ein Projekt zu besprechen, dass da die, der Lustfaktor, der vielleicht viel stärker beim Eis ist, also dass der nicht diese Rolle spielen kann, während Eis hat einen starken Lustfaktor und ich würde das gleich, da können wir das gleich zusammen diskutieren mit der Frage nach dem Bier, was wir uns mal gestellt haben, außerhalb dieses Podcasts, also ist es ein Unterschied, jemanden zum Bier einzuladen oder zum Kaffee, also wir haben jetzt Einladung zum Kaffee, zum Bier und zum Eis. Ja, über so Differenzen, über so Differenzen kann man ja oft halt schon gute Hinweise auf, 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 auf den Kern der Sache halt. Ja, also, ähm, ich möchte auch gleich noch mal Stellung dazu nehmen, ähm, zu deinem Eis und vielleicht dann auch gleich zu dem Bier noch, ähm, also, bei dem Bier, ähm, hatten wir auch, Zitat für die Schulnot, ich möchte Stellung nehmen zu deinem Eis. Ja, zu deinem Eis, genau. Ähm, also, bei dem Bier würde ja sofort mitschwingen, ähm, eine andere Uhrzeit, andere Atmosphäre, andere Lokalität, so, und, ähm, da wird es dann schon mal deutlich was anderes. Zudem ist es auch ganz häufig so, dass man eher, also, in unserem Kulturkreis typischerweise nicht mit der Frau ein Bier trinken geht, sondern nur wieder mit Männern, so, ähm, und, wenn du, also, für mich macht das einen Unterschied und wenn ich so drüber nachdenke, dann glaube ich, ähm, deshalb, weil ich doch vermute, dass natürlich jeder Mensch auch irgendwo, ähm, zweckrational ist und ein Stück weit ein Homoökonomikus, auch wenn er nicht nur das ist, ist, ist er das eben auch und, ähm, genau, ähm, man geht eben mal auch mit einer Person, wenn es jetzt eben eine Frau sein sollte, wenn man das mit, ähm, vermutet, ähm, einen Kaffee trinken, wenn man die noch nicht so gut kennt, aber du investierst erst als Mann in, in ein Eis und wahrscheinlich würdest du es auch als Frau erst machen, wenn dein Interesse schon etwas gesteigert ist und, ähm, das für dich sinnvoller ist und eine weitere Steigerung wäre ein Abendessen oder sowas. Ja, aber, dann würde ich sagen, das Eisessen ist die Billigvariante der Funktion eines Abends. Genau, das ist dazwischen. ich, also ich, ich kann diesem homo economicus da drin jetzt gar nicht zustimmen, weil, das würde ja bedeuten, also weil der, ich habe ja das Eis als Beispiel gewählt, weil es von der ökonomischen Dimension her eben, eben dem Kaffee sehr vergleichbar ist, ne, also es ist, Na gut, aber es ist, es ist, ich würde, ich würde dem Dominik trotzdem zustimmen, weil das Eis ist, es ist Ersatz, könnte das Ersatz, die Ersatzfunktion oder das Medium der selben, also derselben Funktion wie das teure Essen sein. Aber das, aber ich meine halt, weil, diese, eben, das ist eben nämlich keine, sag ich mal, jetzt im Sinne eines homo economicus, ne, halt so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, sondern da spielt halt die soziale, die soziale, der soziale Charakter der Dinge, die primäre Rolle, weil, auch wenn natürlich, wenn ich jemanden zum, wenn ich jetzt jemanden zum Kaffee einlade, dann denke ich jetzt nicht, ja, ich lade ihn zu Kaffee ein, weil der Kaffee, das ist ja, der hat ja auch so ein Funktion, durch seinen funktionalen Charakter als Wachmacher ist das, trinkt man eben ja auch im Arbeitsalltag und dann ist das viel legerer, sondern dieses, dass er, dass er diese wachmachende Funktion hat, das ist einfach, in der Historie des Kaffees hat das eine Rolle gespielt und hat seinen, diesen sozialen Charakter, den er besitzt, halt mitbegründet, der aber jetzt in den Handlungen, die sich um den Kaffee herum so formieren, gar keine Rolle mehr spielt, sondern aber die, die Verbindung, die sich einstmals durch seine, durch seine Funktion, also durch seine wachmachende Charakteristika gebildet haben, die sind halt noch sozial konserviert, auch wenn das Wachmachen jetzt gar keinen Grund mehr, gar keine, gar keine Rolle mehr da drin spielt und deswegen würde ich sagen, ist dann halt der Kaffee, ist dann das Legere, weil er dann halt daraus schon immer legerer gehandhabt werden, äh, wurde, während was, was, ich glaube, was René, was du sagtest, dass ja das Eis so dieses, diesen, 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 so ein reines Lust, äh, so ein reiner Lustgewinn ist, der ja gar keinen funktionalen Charakter hat, ne, dass das deswegen für was anderes steht, was Intimeres ist, als, also aber nicht, und eben nicht aufgrund irgendwelcher ökonomischen Dimensionen, sondern aufgrund, dass es nie diese, diese legere Funktion hatte, weil ich nicht morgens schnell noch vor der Arbeit mein Eis esse, um wach zu werden. Ja, ich würde, ich hätte da noch einen Punkt, also ich kann dem folgen, Thomas, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das dann wirklich erschlossen haben, ich will mal noch was in die Runde werfen, damit wir das, das Rätsel hier lösen. Kaffee ist ja ein Heißgetränk und ein Heißgetränk hat ja an sich, dass man es vorsichtiger konsumieren muss, wenn wir jetzt ganz mal Mikro, 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 so zu lustig sind. Und da ist es ja so, dass ich, ich kann es nur mit einer gewissen Selbstdisziplin konsumieren, sonst verbrühe ich mich und ich muss sehr vorsichtig rangehen. Und das hat seine Entsprechung möglicherweise in der Art und Weise, wie ich dann auch mit meinem Gegenüber in Kontakt trete und dass der Kaffee sehr gut geeignet ist durch seine Vorsicht, die er zwingt, auch die körperliche Vorsicht dann in die kommunikative Vorsicht sozusagen zu verwandeln, sodass ich dann auch vorsichtiger die Kontaktaufnahme gestalte, von beiden Seiten. Es sichert mir auch, also einmal sichert es immer auch, dass die gegenüberliegende Person vorsichtiger sein wird, was beim Bier überhaupt nicht der Fall ist. Im Gegenteil, beim Bier ist es sehr intim, weil es ja die Masken fallen lässt, wenn man einen gewissen Alkoholpegel hat. Das heißt, Bier ist insofern schon eine, also fast schon deshalb kumpelhaft, weil es dort nicht wichtig ist, irgendwie Partnerschaftsmythen aufzubauen, ich bin der coole Mann oder so, sondern man lässt ja die Maske quasi fallen. Da müssen wir über das Bier dann nochmal reden. Aber jetzt zum Eis, das ist genau das Gegenteil, es ist kalt, es ist eher lustvoll, eher ein Nahrungsmittel und würdet ihr dem folgen, dass man, dass sich solche Kleinigkeiten, was die Temperatur und so weiter angeht und die Art des Verzehrens, dass das Auswirkungen hat darauf, was für eine Art des Rituals sich dahingehend etabliert, was es das benutzt, weil das ist ja ein ganz anderer Punkt, als wir ausgemacht haben mit der Verfügbarkeit und mit dem 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 Habitus, dem ich zugehöre, das ist ja eine Sache, die sich quasi über den Körper dann überträgt auf das Ritual. Bloß da müsste man dann überlegen, was bedeutet das kalt? Also ich weiß von der Psychologie, dass man untersucht hat, dass Heißgetränke, dass wenn man was warmes in den Händen hat, dass das wohlwollender macht. Also dass das auch dem Gegenüber, man ist dann nicht nur man selbst dem Gegenüber ausgeschlossen, man wird dann auch aufgeschlossen. Insofern hat das sicher auch einen positiven Beitrag bei der Kontaktaufnahme, wo man sich noch nicht ganz sicher ist, wie man diese Person einschützt. Aber frag doch mal ganz praktisch. Ich würde eine Person auf ein Eis einladen, wenn schon eine erste Barriere gefallen ist. Ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich da repräsentativ bin. Ich würde den Kaffee als eine Vorstufe nehmen. Aber auf ein Eis, da muss eine gewisse Verbindung schon da sein. Die würde ich da halt, wie ich vorhin schon sagte, daran festmachen, dass Nahrungsmittel, also Ernährung als solche, dann schon eher an einen engeren Kreis gebunden ist, als solche nicht nötigen Verzehrsformen wie Kaffee zum Beispiel. Nein, es ist ja auch nicht nötig. Also das finde ich jetzt, das schlägt. Es ist aber Nahrungsmittel schon. Ja, aber das Argument schlägt nicht, finde ich. Also das finde ich ein bisschen konstruiert. Ja? Ich bin ja Konstruktivist. Nee, bloß, bloß halt so, es mag natürlich sein, dass aus psychologischer Sicht halt so Kaffee gewisses Wohlenwollen erzeugt, was aber denke ich jetzt nicht, also es mag natürlich dann auch auf bestimmte Konversationen und so weiter einen Einfluss haben, aber nicht in dem Maße, halt wenn mir eine Person sympathisch ist, dann spielt er, dann hat das natürlich einen Effekt, aber dadurch wird mir eine unsympathische Person nicht auf einmal sympathisch, nur weil ich einen Kaffee in der Hand halte. Ja, und ich mich jetzt irgendwie wohlwollend fühle dadurch. Und auch, weil da müsste man auch fragen, also weil halt so, ob das, könnte man ja fragen, also ob man, oder gucken, ob man wieder durch eine Differenz dem auf die Spur kommt. Also es ist ein Unterschied, jemanden auf einen Kaffee einzuladen oder jemanden auf einen Tee einzuladen. Ja? Ein Tee ist ja auch ein heißes Getränk, ne? Ja, okay, da ist kein Unterschied, aber Eis und Kaffee ist ja, Tee müsste man fast schon gleich heutzutage mit Kaffee, in der Kaffeepause bei uns auf Arbeit wird auch meistens Tee getrunken. Ja, aber, ja, aber, aber die, halt. Aber mein Eis, was ist der Unterschied? Wir laden jemanden zum Kaffee ein oder zum Eis? Ich, ich sage dir, du wirst Probleme bekommen, dass aus der, aus, aus der, aus der, aus der, sage ich mal, rein physischen, aus den rein physischen Eigenschaften des Konsumgutes abzuleiten, wirst du erhebliche Probleme bekommen, weil da immer diese, diese Merkwürdigkeiten und diese Fragen aufstellen, auftauchen, warum es denn nur jetzt diese Form hat. der, der, des, also der sozialen Beziehungen, die sich darum gebildet und das nicht früher hatte, wo es noch anders, wo es ja halt von der physischen Form her gleich war, aber irgendwie sich andere soziale Gebilde, die sich darum gebildet haben und, na gut, und ich würde tatsächlich, stimme ich dir zu, dann beantworte es mir doch aus einer anderen Perspektive. Wir haben ja ungefähr gleichwertige, von der, von der Preislage im Moment gleichwertige Produkte. Also ich habe dir das, also ich hatte das doch schon gerade beantwortet, halt dadurch, dass halt die, der Kaffee einfach auch, natürlich spielt halt das, der Kaffee ein Heißgetränk, das spielt natürlich eine Rolle, ähm, weil das halt mal für seine Konsumform auch wichtig war und in welchen, zu welchen Anlässen und so weiter, aber es sind alles Sachen, die daran, sag ich mal, an der, an der Identität kondensieren, wie auch, was ich sagte, zum, äh, zum, äh, zu, zu dieser wachmachenden Eigenschaft, die halt, das dann für, für zum, für die Arbeit dann halt interessant machen, ne, um morgens wach zu werden, um leistungsfähig zu werden und so weiter, die dann aber in vielen Situationen diese Eigenschaften keine Rolle mehr spielen, aber die sozialen Beziehungen, die sich, oder die soziale Realität, die sich aufgrund dessen halt schon gegründet hat, irgendwann, nicht notwendig, aber es nun mal getan hat, ähm, dann immer noch existent sind, auch wenn die, die konkrete Eigenschaft, die dazu geführt hat, überhaupt keine Rolle mehr spielt, ne, also deswegen ist halt, würde ich halt sagen, ist Kaffee ein legeres, äh, äh, ein, ein legeres Konsumgut, weil es eben halt aufgrund verschiedener Eigenschaften in verschiedenen Formen dann halt, ähm, konsumiert wurde und diese, und diese, äh, und diese Situationen sind da halt an der Identität des Kaffees hängen geblieben und, äh, und, äh, konstituieren auch immer noch unseren Zugang zum Kaffee, während es halt, das Eis als, 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 als reines, als, als, ja, als Genuss, als, als reines Genussmittel ohne irgendwie funktional, wirklich krass funktionalen Charakter halt eine andere Geschichte hat und eine andere Identität, die sich darum gebildet hat. Naja gut, wir werden wahrscheinlich nicht aufdröseln können, also nicht jetzt, ohne empirisch zu forschen, inwieweit sich, äh, die, die Substanz einer Materie als, als auch, im Ritual, äh, Begründung des Rituals niederschlägt, aber wir können ja zumindest festhalten, dass Kaffee im Gegensatz zum Eis, äh, oder, also, wenn ihr wollt, können wir das vorschlagen, eine Indifferenz hat, dass du sagst, äh, die Einladung zum Kaffee ist noch weit unverbindlicher als die zum Eis, weil am, am Kaffee so viele verschiedene, äh, historisch so viele verschiedene, äh, Möglichkeiten der Einladung geknüpft sind. Und da müsste man dann, äh, wie, anhand der Zeit, zu der eingeladen wird, oder anhand von anderen Markern erst mal entschlüsseln, was der Kaffee jetzt bedeutet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt mit der, wir hatten ja vorhin Tillmann Allerts These, dass die Milch für die Kindheit steht, und da würde man ja daraus schließen können, dass das Eis, die Verabredung zum Eis, im Gegensatz zu der Verabredung zum Kaffee, eine genuin jugendlich-kindhafte Einladung ist. Und da müsste man gucken, ob man im Erwachsenenalter auch noch zum Eis einlädt, oder, äh, dann nicht, doch zum Kaffee, und ob das eher eine, eine Einladungsform der Jugend ist, des Eis. Da habe ich jetzt keine Daten. Weil Eis, zum Eis einlädten wird man, wahrscheinlich, wird der Junge, die Freundin auch mit, mit 14 können, zum Kaffee wird schon irgendwie schwieriger. Finde ich auf jeden Fall, also nicht aufgrund, dass irgendwie die Milch genuin fürs Jugendliche steht, sondern halt, bei uns spezifisch mit dem Jugendalter, aber finde ich auf jeden Fall plausibel. Ja, und, und wir leben ja in einer Welt, wo man nicht erwachsen werden will, in einer Zeit, sagen wir so, und in einem, in einem Ort auf der Welt, es gibt ja auch andere Orte, als dieses. Okay, in einer Kultur. In einer Kultur auch noch, ja, schränkt es immer weiter ein. in einer raumzeitlich gebundenen Kultur. Ja, und da könnte es ja auch sein, dass man, dass das Eis, ich biete dir an, auf ein Eis einzukommen, dass es eine Art ist, das Erwachsenwerden, sich selbst auch noch rauszuzögern. Das würde ich aber sagen, da endet fast die Theorie, da müsste man in die Empirie gehen. Das können wir ja, wir können das ja auch immer so halten, dass wir weiterhin beobachten und wenn uns irgendwas einfällt, auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir andere Themen besprechen, dass wir darauf nochmal zurückkommen, wenn uns was aufgefallen ist von offenen Fragen, die wir hier immer noch hinterlassen. Ja, und das Bier, das ist aber eine andere, das müssen wir vielleicht nicht. Wir sind ja, wir sind ja heute zum Kaffee hier. Also beim Bier würde ich tatsächlich auch sogar meine These von vorhin relativieren, weil Alkohol halt einen stark verhaltensändernden Einfluss hat, also aus seiner biochemischen halt Reaktion und so weiter. Und deshalb die Freundschaftsanfrage mit Bier, weil Freunde müssen zueinander stehen, egal wie sie sich verhalten, während das bei Partnerschaften eben nicht so einfach ist. Ja, aber das muss man immer dazu sagen, das ist alles nichts, was bewusst halt entschieden wird, dass man sagt, Ja, wir sprechen doch von nicht von, wir sprechen von Strukturen, die sind auch nicht bewusst. Ja, ja, ja. Also Bewusstsein ist für uns nicht. Ja, da müssen wir das nicht überreden. Ich spreche gerne von Strukturen. Und die soziale Praxis, die ist ja auch mehr halbbewusst als bewusst. Ja. Ich habe übrigens ja angefragt heute auf Twitter, dass wir hier drüber sprechen, über Kaffee, und da habe ich gefragt, und man kann das auch zukünftig über Hashtag kleine Dinge, Soziologie, kann man Fragen stellen, die wir dann hier, ich glaube, ein paar wurden schon beantwortet, es sind nicht viele, soll ich die euch nochmal, wir sind ja schon im Potenzial. Wenn man diesen Satz jetzt so hört, ohne die Satzzeichen zu sehen, es wurden hier ein paar Dinge besprochen, es sind nicht viele. Achso, okay. Aber, oder Dominik, willst du noch vorher was auf den Tisch? Nein, nein, wir haben heute schon so viele auf den Tisch geworfen. Ja, aber das möchte ich nochmal durchgehen, weil vieles können wir dann aus dem von uns Erarbeiteten ableiten. Das Erste war, da hat die Personaldebatte gefragt, mögen Menschen von sich aus Kaffee oder werden sie dazu sozialisiert? Ich würde sagen, Nee, sag du. Ich würde sagen sozialisiert, weil Kaffee kommt ja zum einen nicht natürlich vor, ist immer, und wir haben ja festgestellt, wie eingebunden, das ist in soziale Situation. Und Kaffee haben wir ja auch, gibt es die These, und Kinder wollen erwachsen sein und trinken deshalb Kaffee. Die Arbeitsethik, wenn man in die Arbeit kommt, trinkt man Kaffee oder Kaffee als Werkzeug. Also, dass das jetzt von sich aus jemand auf die Idee kommt, Kaffee zu trinken, ohne soziale Einflüsse, halte ich für nicht. Ja, außerdem, finde ich, ist da der Sozialisationsbegriff, kommt dann an seine Grenzen. Ich kann mich erinnern, auf einer Jahrestagung der Medizinsoziologen an der Uni Bremen, dort war dann Gastgeber oder so ähnlich, der dort neu gegründete Studiengang der Hebammenwissenschaften. Und deren Forschung war am Anfang, wie sich Geschmack, also jetzt Geschmack im Sinne von was mag man essen, was mag man verzehren, ausbildet. Und wie ist das sozusagen schon vor der Geburt, wie wir das entwickeln. Da passt aber unser Sozialisationskonzept nicht mehr so ganz richtig. Da gibt es empirische Studien eben, dass das, was die Mutter ist, Einfluss hat auf das, was man später mag. Genau. Also da spielen, glaube ich, eben auch tatsächlich eher biologische Sachen rein, wo Sozialisation nicht mehr so richtig passt. Aber man merkt meines Erachtens auch, dass da eben sowohl die biologischen Konzepte als auch die soziologischen miteinander, also die Verschwimmen, gehen ineinander über. Und, aber es gibt natürlich, würde ich sagen, ist es auch Geschmack im sozialen Sinne, im bordeuischen Sinne. So, man meint vielleicht, man hat den Geschmack, aber es ist vor allen Dingen, dass man sich gerne so darstellt. Man möchte den Geschmack gerne haben. Ja. Unabhängig davon, ob es einem schmeckt oder nicht. Ja, ja. Ich würde auch tatsächlich sagen, ich würde auch sagen, es klingt für mich plausibler, dass das da rein sozialisiert wird. Und natürlich mag es Ausnahmefälle geben, die einen Kaffee halt von sich aus unheimlich, also die das probieren und sagen, wow, was ein Geschmack, das öffnen mir neue Tore. Aber das halt, klar, so einen Gewöhnungsprozess dann einsetzt, der dann halt dadurch indiziert wird, dass man irgendwie schon Kaffee zu trinken hat. Ja, dann der zweite Punkt, den ich hier, den auch die Personaldebatte, also so nennt er sich auf Twitter, oder sie, weiß ich jetzt gar nicht. Warum bezahlen die Leute über fünf Euro für einen Kaffee in Pappbechern? Ja, weil es recycelbar ist. Der Pappbecher. Ja. Also, die Frage finde ich echt ein bisschen schwierig. Hallo? Weil ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ja. Ja, das haben wir ja beantwortet, glaube ich, als Distinktionsmerkmal. Das hat ja Starbucks, hat ja damit den Kaffee. Ja, also es gibt sowas wie den Snob-Effekt, beziehungsweise diese Fair-Trade-Geschichten. Genau. Aber man kann sich ja auch einbilden, dass, wenn der Kaffee teurer ist, dass da mehr bei den Produzenten ankommt. Und das könnte ja so sein, muss aber nicht. Aber das kann man sich da rein projizieren, unabhängig davon, ob das wirklich so ist oder nicht. Weil wer kann das schon, wer kann das nachvollziehen? Also. So, dann machen wir mal hier. Dient das leistungssteigernde Koffein als Legitimation für Kaffeepausen? Also erst mal steigert Kaffee keine Leistung. Das ist auch erforscht, sondern man gewöhnt sich dran. Und wenn man den Kaffee weglässt, hat man dann nicht die Leistung, die man hätte, wenn man Kaffee gar nicht erst begonnen hätte zu trinken. Und dadurch doch, doch, doch. Faktencheck in den Shownotes. Ja, können wir gerne machen. Aber ich würde sagen, das ist für die Frage auch völlig irrelevant, ob Kaffee die Leistung, weil es geht ja nur darum, ob es anerkannt ist, wie die Leistung zeigt, ob das das geteilte Bild ist. Ja. Dann eine Antwort. Was? Ach so, die Antwort. Ob das Koffein als Legitimation für Kaffee, also ich glaube nicht, weil Kaffeepausen sind erstmal keine Arbeitszeit, juristisch. Und Kaffee holen ohne Plausch, das ist okay. Und das ist ein anerkanntes Ritual, um kurz mal abzuschalten, also um kurz mal irgendwo hinzugehen, sich am Automaten was holen, weil das ist noch in der Arbeitszeit inbegriffen. Und da ist aber der Tee gleichwertig. Und das kann deshalb nicht am Koffein sein. Gleiche Sachen. Also es geht jetzt ums Koffein. Ja, aber jetzt komme ich vielleicht erst drauf, um was es denjenigen geht, der die Frage stellt, die für mich so ein bisschen unverständlich ist. Also ich habe schon den Eindruck, dass es so ist, wir diskutieren darüber, ob die Raucher unserer Gesellschaft, wenn die während der Arbeit, also wenn die rauchen im Laufe des Arbeitstages, also da gibt es eine große Mehrheit, die sagen, die müssten aber ausstempeln. Das müsste als Pause gerechnet werden, weil du hast zwar juristisch recht, müsste das so, aber faktisch wird es ja nicht so, gemacht und Bei uns schon. Dort, wo wir beide arbeiten. Ja. Die Zigarettenpause. Aber vielleicht mehr auf Freiwilligkeit. Okay. Gut. Okay. Wir schlagen jetzt drüber. Ja, es gibt, ja, es gibt das Verwaltungspersonal und es gibt das wissenschaftliche Personal und da gibt es unterschiedliche Kulturen. Ja, das ist ja nicht. Genau, und bei der Kaffeepause, da frage ich mich auch, wie, ich glaube, auch da wird es in der Wissenschaft eben nicht tatsächlich praktiziert, dass man das juristisch als Pause deklariert und das wird nicht so stark angekreidet, weil man vermutet, dass es da auch einen gesellschaftlichen Nutzen gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist. Ich, also ich interpretiere die Frage vielleicht, also jetzt total intendiert, um einfach eine neue Interpretation reinzubringen, die, glaube ich, aber auch legitim ist, dass, sage ich mal, die Pause, also selbst die Pause wird noch, wird praktisch in die Funktion der Arbeit gesetzt. Also du darfst eine Pause haben, wenn es, weil du, weil die Pause, in der trinkst du deinen Kaffee und das steigert deine Leistung. Aber wenn man die Frage in dem Sinne meinen würde, ich glaube, ignoriert man eins, dass die Leistungssteine von Effekt und so weiter für Kaffee, na ja, also halt, dass es Pausen gibt, dass, na ja, das wurde gegenüber den Arbeitgebern halt erstritten, so, na ja, dass halt Rechte werden einem nicht, werden nicht verschenkt, so, die muss man sich erkämpfen. Und halt das so zu drehen, dass die Pause irgendwie eine Gabe der Arbeit, also auch von Arbeitgeberseiter wäre, ist, glaube ich, einfach, ist einfach, ist einfach, das könnte man halt jetzt so im Nachhinein wieder versuchen, das, also werden versucht, das vielleicht im Nachhinein einzufangen. Aber ich denke, auch da, auch in dieser, in diesem Sinne, wenn man fragt, ob die Pause halt jetzt nur noch dem, auch nur dem, 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 der Leistungsoptimierung zu dienen hat, ist die Antwort auch da, nein, die Pause ist halt gegen, halt die Arbeitgeber erkämpft. Ja, zu dem Kaffeepause und Zigarettenpause so gleichbedeutend sind eigentlich und dann wäre ja die, die Zigarettenpause nicht legitimiert und die Kaffeepause legitimiert, ich glaube, ich glaube auch nicht dran. So, Sebastian Strauß sagt, keine Frage, sondern stellt fest, man kann sich darauf verlassen, dass das Kaffee um die Ecke regelmäßig öffnet und man dort Kaffee bekommt. Das ist sein, sein Beitrag. ja, alltägliches Ritual, ja, ich kenne ja auch Leute, die gehen, also zwei kenne ich, also jeweils getrennt gehen die, jeden Tag zum Bäcker, um sich zwei Brötchen zu kaufen und der eine sogar eins, da hat der Bäcker noch gesagt, was soll das, jeden Tag kommt der, das soll sich mal einen ganzen Beutel holen, nein, das ist das tägliche Ritual. Zur Selbstbestätigung, dass die Welt in Ordnung ist, also übernimmt das, würde ich sagen, die Funktion von TV-Serien. Manche strukturieren sich den Alltag über TV-Serien und manche halt über den Gang zum Bäcker, zum Kaffeebäcker sozusagen. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt haben wir noch ein paar geschrieben, ist jetzt wirklich nicht viel, aber dass wir auch alle abfrühstücken hier. Ist Kaffee ein neues Statungs, also das sagt jetzt der Markus, ist Kaffee ein neues Statussymbol, um seine eigene Milieuzugehörigkeit auszudrücken? Ja, das konnten wir doch klären, oder? Genau, das glaube ich auch. Haben wir geklärt. Das konnten wir klären. Okay, dann, dann hier, it's cold. Okay, das ist ein komischer Name. Wäre der Kaffee auch so sehr beliebt, gäbe es den Kapitalismus nicht? Ja, interessante Frage. Ja, ich finde, ja, es gab ihn ja schon vor dem Kapitalismus, im 17. Jahrhundert war er auch beliebt, aber so verbreitet, müsste man vielleicht sagen, beliebt war er ja schon. Also verbreitet wahrscheinlich nicht, das liegt einfach, also das liegt an einer, halt an einer kapitalistischen Produktionsweise, die einfach, ähm, effizient ist. So, ähm, denke ich schon, aber, ähm, was wäre, wenn Fragen sind halt, also, also ich wüsste nicht, also man kann, wir können jetzt natürlich jetzt, wir können uns natürlich Szenarien, kontrafaktische historische Forschung, wir können uns natürlich Szenarien aus, ausdenken und wir würden wahrscheinlich ganz viele Szenarien ausdenken, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, die alle gleich plausibel sind. Aber er scheint hier so ein kapitalismuskritisches Profil zu haben, bin ich Ihnen sicher, aber er hat so eine Faust. Was war die Frage jetzt genau? Ich habe die, ob Kaffee auch so beliebt wäre, wenn es den Kapitalismus nicht gäbe. Ach so, ähm, vielleicht, ähm, meint er damit auch nochmal, ähm, diese leistungssteigernde Wirkung und der Kapitalismus, ähm, ist ja auf die menschliche Arbeitskraft, auf diese Leistung angewiesen und, ähm, ich glaube, ja, ähm, ich, das war auch noch so ein Punkt, der mir ein bisschen kurz gekommen ist, ähm, Kaffee und die Leistungsgesellschaft und, ähm, genau, also ich glaube, ähm, ja, ich meine, man weiß nicht, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte, ähm, aber. Also ich würde dem widersprechen. Schon deshalb, weil Kaffee, als Kaffee to go, die Ausdrucksform der Gesellschaft annimmt, aber in seiner Beliebtheit auch zu, du hast doch selbst gesagt, in dieser, äh, wie hieß diese Kultur, diese, diese Wohlfühlkultur, da war der Kaffee ja auch beliebt. Ja. Hochbeliebt in den Krieg. Und das war keine Leistungsgesellschaft, wie wir sie heute jetzt definieren. Ja, aber eine kapitalistische Gesellschaft. Ja, nee. Na gut, aber Dominik hat ja auch die Leistungsgesellschaft des Kapitals, so die Leistungsaspekte. Ja, genau. Und. Natürlich wäre er nicht so beliebt, weil im Kapitalismus kann man sich alles kaufen und dann könnte man sich den nicht kaufen. Aber vielleicht noch, auf diese Leistungs-, daher spielt dann auch wieder der, einfach halt das, die, 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 die Identität von Kaffee in der Rolle. Weil wenn es einfach in der Nachkriegszeit, einfach der Kaffee als nicht leistungssteigernd galt, dann war er aus, also dann kann er auch nicht so behandelt werden, als ob er leistungssteigernd gewesen wäre, ob er es jetzt ist oder nicht. Na, wenn, wenn es, wenn er, wenn, wenn die Identität das einfach nicht hergibt. Und, ähm, von daher kann der Kaffee, selbst, selbst wenn wir, selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, und auch damals hätte die Leistungssteigernd schon eine unheimliche Rolle gespielt, können wir nicht sagen, ähm, dass das ein Gegenargument ist, wenn der Kaffee zu dem Zeitpunkt nicht als, einfach nicht als Leistungssteigernd galt und jetzt gilt er als Leistungssteigernd. Ähm, na das, also das spielt halt, also das, das spielt halt viel eine Rolle, weil der Kaffee, der ist halt nicht irgendwie. Wir müssen uns ja immer ein Verhältnis zum Kaffee erschließen. Ja, das ist halt das Problem, wenn man Soziologen Ja und Nein antwortet. Ja. Ich lasse mich fragen. Naja, das gilt eigentlich nicht. Also ich muss jetzt mein Argument dazu aber noch entfalten. Also ich setze die Leistungsgesellschaft einfach schon gar nicht so früh an. Das ist ja auch die Frage, wo man sie ansetzt. Und ich würde, würde zum Beispiel das frühestens jetzt in den 80er, 90er Jahren überhaupt verorten und würde sagen, es hat eine massive Zuspitzung gegeben mit dieser neoliberalen Politik. Und dort, es fühlen sich immer mehr Menschen unter Leistungsdruck auch. Und es gibt auch diese Umfragen unter Studierenden, wer gezielt leistungsfördernde Mittel einnimmt. Und das nimmt ja auch über die Zeit zu und wird auch in dem Zusammenhang mit Leistungsgesellschaft diskutiert. Und da werden auch verschiedene Substanzen abgefragt, von einfach Kaffee, Tee und Energydrinks bis halt zu härteren Drogen. Und also ich glaube, dass das eben zu einer noch weiteren Verbreitung mit beiträgt, dass es ein Faktor ist. Ich glaube aber auch mal abgesehen, also jetzt mal abgesehen von grundsätzlichen ökonomischen Fragen, ökologischen Fragen, weil man könnte natürlich vermuten, ja, wenn wir jetzt nicht kapitalistische Gesellschaftsverhältnisse hätten, dann wäre der Kaffee nicht, also wäre der Kaffee einfach nicht verfügbar, wenn man keine Monokulturen anlegen würde und so weiter, aus ökologischen Aspekten, könnte man ja alles denken, wobei es auch andere Gesellschaftsformen denkbar sind, die halt auf irgendwelche Ökologien scheißen. Das ist halt denkbar. Aber was ich ja halt, was aber ja eine Pointe an dem Ganzen ist, es gibt ja so etwas, also es gibt halt, man kann ja zum Beispiel Kaffee aus irgendwie zapatistischen Kollektiven sich besorgen und dann halt durch den Konsum gerade dieses Kaffees sich offensiv gegen den Kapitalismus versuchen zu positionieren. Aber da sind wir dann halt wieder, halt dieses unglaubliche Individualisierungspotenzial, das im Kaffee steckt, dass es für verschiedene Sachen stehen kann, dass es eben, dass der Kaffee sowohl für eine kapitalistische Gesellschaftsordnung stehen kann und wenn man die dann gut findet, kann man dann halt da Formen wählen, aber man kann auch eben, weil Kaffee unter kapitalistischen Verhältnissen angebaut wird und produziert wird, aber es auch Formen gibt, wo es das nicht gemacht wird, ist der Kaffee auch geeignet, sich diesen zu besorgen und sich dann praktisch gegen den Kapitalismus zu positionieren. Inwiefern das denn halt eine Ausprägung des Kapitalismus ist, der seine Kritik in der Lage ist zu integrieren und so weiter, das ist glaube ich jetzt, was zu weit führt. Aber ich finde diese Wendung da drin, finde ich einfach interessant, dass dieses Individualisierungspotenzial und das glaube ich halt viel diesen Erfolg des Kaffees auch tatsächlich dann ausmacht, wo wir auch gesprochen haben. Und da können wir fragen, wäre halt, gäbe es so einen starken Trend zur Individualisierung, gäbe es nicht den Kapitalismus und so weiter, aber das sind komplizierte Fragen, die ich auch jetzt nicht beantworten könnte. So, dann eine schöne Abschlussfrage von Tobias Burkhardt. Sind Menschen in einer Multioptionsgesellschaft mit dem Bestellen eines Kaffees überfordert? Offenbar hat er da empirisch... Oder Selbstbeobachtung gemacht. Aber es sind auch, also hier kann ich auch nicht selbst beobachten, dass ich zunehmend in solchen Situationen überfordert bin, weil, dass ich konnte schon, also es gibt so eine nette Burgerkette, wo ich auch gern mal was esse und da überfordert mich das auch immer, dass, wenn ich was bestelle, erst vier Fragen noch hinterherkommen und mich destresst, die so schnell beantworten zu müssen, weil ich eigentlich ja schon sagte, was ich wollte. Und man versteht sich auch gar nicht mehr, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also ich möchte gern immer einen Kaffee mit viel Milch, aber die darf nicht aufgeschäumt sein. Und diese Option ist komischerweise nicht mehr vorgesehen in unserer Multioptionsgesellschaft. Und also ich probiere dann meistens einen Milchkaffee zu bestellen. Manchmal frage ich dann auch noch explizit, ob das den Milchkaffee vom Latte Macchiato unterscheidet, was dann die Bedienungen häufig selbst nicht beantworten können, was ich total komisch finde, weil die ja den ganzen Tag nur mit diesem Zeug hantieren. Und genau. Und ich glaube, es ist darauf zurückzuführen, dass es eben so viel Kaffeeoptionen gibt. Und zwar so viel, dass man sich schon nicht mehr mit dem Personal des Kaffees über die Kaffees verständigen kann. Ich würde die Frage beantworten mit einem klaren Nein, weil sonst würde ja Kaffee nicht verkauft werden. Aber was du mit den Optionen sagst, finde ich interessant, weil, naja, weil, also die mit dem, dass diese scheinbar, also ich glaube, diese Optionsvielfalt ist nur scheinbar, denn es gibt zwar in einer Situation, in einer konkreten Situation, hat man zwar eine erhöhte Wahl, also du kommst da hin und hast die ganzen verschiedenen Optionen, aber du hast überall die gleichen Optionen. Und dadurch wird halt, wird halt nur eine Optionsvielfalt simuliert, während sie dann weiter betrachtet eher eingeschränkt wird. Das ist halt genau ähnlich wie mit den, mit Apfelsorten, mit Äpfeln, du hast halt lokal, hast du ein größeres Angebot an verschiedenen Äpfelsorten, dafür ist es auf der ganzen Welt gleich und das bedeutet eigentlich, sind die Optionen effektiv zurückgegangen. Ja, und halt natürlich, naja, du bist dann auch auf die Optionen beschränkt, naja, jetzt halt mit aufgeschäumter Milch, das läuft nicht mehr, dann musst du schon bei den Optionen bleiben, die dir geboten werden. Ja, ich glaube, das Thema haben wir soweit durch, oder? Kaffee ist kalt geworden inzwischen, vielleicht noch als interessante Komponente, habe ich von einer Umfrage erfahren, dass ein Kaffee, wenn man jemanden zum Kaffee einlädt, das gibt ja auch so implizite Zeiten, die man da dann bleiben darf, und da wäre das so zwischen 1 bis 2,5 Stunden, und das ist komischerweise die bevorzugte Zeit von Podcast-Hörern bei Podcast. Die mögen ja mehr so die langen. Und vielleicht ist da so eine anthropologische Konstante drin, dass so 2 bis 2,5 Stunden die Grenze ist oder der Raum ist, wo man Themen tatsächlich auch bearbeiten kann, wo dann die Bearbeitung zur Erschöpfung führt, aber auch wo man dem geistig noch folgen kann. Weil Kaffee ist ja prinzipiell, haben wir ja gelernt, nicht so die Mahlzeit, die man einnimmt, sondern ein Kommunikationsding. Und auch in Äthiopien, habe ich mir noch notiert, wo der Kaffee herkommt, musste man immer 3 Kaffee trinken. Einer war, lass mich jetzt nicht lügen, was war denn der Erste? Ach so, der war zum Genuss, der Zweite zum Besprechen der Probleme, der aktuellen, und der Dritte war, um alle Beteiligten nochmal zu segnen. Also nach 2 Stunden ist praktisch die kritische Intimitätsmasse erreicht. Danach wird es gefährlich. Ja, und das finde ich einen interessanten Punkt, dass wir auch immer so, ja, wir sind nicht bei 2, aber so ein, dass das so die Podcast-Zeit ist. Das ist so eine Zeit, wo man Probleme quasi besprechen kann ausführlich. Ist das vielleicht so, dass so, sag ich mal, dass danach so die Aufmerksamkeit, was du sagst, das erschöpft ist, und danach, um Gespräche noch fehlen zu können, muss es halt tatsächlich auf eine subjektivere Ebene gehen und intimer werden. Und solange wir unser Publikum nicht lieben, können wir nicht länger werden. Ah, ich verstehe. Nee, aber das ist ja dann auch in den Kaffee-Einladungen, die man so den Leuten gibt, dann weiß jeder so, nach 2 Stunden ist jetzt auch irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht. Aber du als Systemtheoretiker musst sowas doch ablehnen mit Erschöpfungsgrad. Du müsstest doch sagen, nach 2 Stunden zirkuliert die Kommunikation irgendwie im System nicht mehr. so fluide oder so. Ja, nee, 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 da habe ich ja gar kein Problem mit, weil Kommunikation bei mir nicht an Personen hängt und die Kommunikation zirkuliert immer weiter, auch wenn die, sich diese Leute schon aufeinander getrennt haben und so. Deswegen ist das gar nicht relevant. Ja, ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Mal wieder so lange reden werden. Zum Kaffee gibt es ja nun mal sehr viel zu sagen. Ja, und vielleicht werden die zukünftigen Sitzungen auch immer kürzer und immer kleiner, weil die Gegenstände immer kleiner werden. Das wissen wir nicht. Dankeschön, dass ihr hier wart. Ja, ich denke mal, wer uns zugehört hat, wird dem Ziel auch näher kommen, King und Queen, jeder Party zu werden. Weil es jetzt, also zum Kaffee kann man doch jetzt viel sagen, wenn man die Sendung gehört hat. Kann man die Leute unterhalten. Ja, und das ist immer gut, denn wer die Weisheit mit Löffeln frisst, der kann nachher klug scheißen. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielleicht ist es gerade die Einfachheit der Sache, die Sie irreleitet, mein Freund. Fast ausnahmslos an jedem Morgen, Meistens so um kurz vor neun, schleich ich mich auf leisen Sohlen zu meinem Meister hinein. Er steht still in einer Ecke, dunkelbraun gelackt und kantig. Und ich kann mir ziemlich sicher sein, er wird auch heute wieder grantig. Und natürlich ist mein Meister immer auch ein bisschen böse. Ich drück den Knopf und er legt los, mit Druck und Dampf und viel Getöse. Ich bin ein Sklave meines Kaffee-Vollautomats. Er quält mich jeden Tag, wenn ich Kaffee will. immer dann, wenn ich es wag, den kleinen Knopf zu drücken am Gerät. Lässt er mich Dinge tun, die ich nicht mag, bis rot im Display, bitte wählen, steht. Er piept und brummt, launisch herum. Ich glaube auch, er hält mich für ziemlich dumm. Denn wie kann es sein, dass er immer dann auf Wartung steht, wenn es um meinen Kaffee geht?